Schönen guten Abend und herzlich willkommen zum Auftakt der German Cancer Survivors Week 2022. Mein Name ist Marco Ammer und ich darf die Veranstaltung heute und auch die drei folgenden Veranstaltungen bis Donnerstag als Moderator begleiten. Ich bin also vier Tage dabei. Vier Tage, die auf der einen Seite möglich wurden durch das Engagement unserer Sponsoren. Das ist einmal die Deutsche Angestelltenkrankenkasse, die Deutsche Bank. Aus dem Bereich Pharma sind auch zwei Sponsoren mit dabei, die MSD und die Roche Pharma AG und die Versicherungsgruppe Zürich Beteiligungs AG konnte auch als Sponsor gewonnen werden. Vier Tage, die durch Sponsoren möglich sind, aber vor allem möglich wurden durch die intensive Vorbereitung der KollegInnen der Deutschen Krebsstiftung in Kooperation mit den verschiedenen Landeskrebsgesellschaften. Heute das Thema im Fokus die Angehörigen wurde umgesetzt, gemeinsam mit der Berliner Krebsgesellschaft. Und genau deshalb hören wir heute auch zwei Grußworte. Einmal von Prof. Dr. Petra Feier, der Vorstandsvorsitzende der Berliner Krebsgesellschaft. Und Dr. Margret Schrader macht im Beginn, macht im Anfang die Vorstandsvorsitzende der Deutschen Krebsstiftung. Frau Schrader, Sie haben das Wort. Ja, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, liebe Mitwirkende der German Cancer Survivors Week 2022. Ich freue mich sehr, Sie im Namen der Deutschen Krebsstiftung zur Auftaktveranstaltung hier begrüßen zu dürfen. Als die Deutsche Krebsstiftung sich vor Jahren hingewandt hat zu den Herausforderungen, denen sich Menschen mit und nach einer Krebserkrankung gegenüber sehen, da war uns bewusst, das ist eine Gruppe, die wird wachsen. Und es war uns auch bewusst, es wird auch der Unterstützungsbedarf wachsen, der noch nicht so gut erforscht ist und der auch nicht in genügendem Maße bisher im Gesundheitswesen etabliert ist. Wir haben in den letzten Jahren in unseren Veranstaltungen uns Themen gewidmet, die unmittelbar nach einer Krebserkrankung bei manchen Menschen eben wirklich ganz akut werden, seien es finanzielle Dinge, Rückkehr in den Beruf, Krebs und Schulden und haben versucht wirklich, da die Bedürfnisse der Betroffenen in die Öffentlichkeit auch zu tragen mit diesen Veranstaltungen. Die German Cancer Survivor Week 2022 steht unter dem Motto Niemand ist alleine krank. Und da liegt es natürlich nahe, auch den Blick drauf zu werfen auf die Angehörigen, auf die Menschen, die mit Krebserkrankten leben. Und da gibt es viele Dinge, die wichtig oder die neu sind und die man, die man meistern muss, sei es in der Familie, die Rollenverteilung, sei es Familienplanung oder berufliche Veränderungen oder natürlich auch immer wieder Finanzen oder was kommt auf Angehörige, unmittelbare Angehörige oder Freunde zu, wenn pflegerische Dinge kommen und zu bewältigen sind. Also es ist wirklich niemand, der Krebs hat und alleine krank. Es betrifft immer auch das soziale Umfeld. Das ist unser Anliegen in den Veranstaltungen diese Woche, das zu thematisieren in verschiedenen Veranstaltungen. Und wir haben es diese Diskussionen und die Fragen, Fragestunden, die es geben wird, werden wir mit Videostream zugänglich machen. Das heißt, für alle, die zu Hause oder irgendwo am Computer sitzen werden, ist es ein ganz leichter Zugang, sich diese Veranstaltungen anzugucken und zu sehen, nützt mir das was, kann ich daraus Nutzen ziehen für mein Leben als Krebserkrankter oder als Angehöriger. Und ich möchte Sie unbedingt auffordern, Fragen zu stellen. Und das ist immer ein sehr, sehr wichtiges Moment, dass wir von außen auch Input bekommen. Ja, die Fragen, die bei diesen Veranstaltungen, Online-Veranstaltungen gestellt werden, die gehen natürlich nicht verloren. Das sind Dinge, die dann bewegt werden, vielleicht im nächsten Jahr noch oder bei anderen Dingen, wo wir wissen, das ist etwas, was die Menschen ganz dringend bewegt. Wir haben in diesem Jahr zum ersten Mal wieder eine Mischung aus Online- und Präsenzveranstaltungen. Bei Covid ging das ja nicht. Diesmal haben wir Präsenzveranstaltungen dabei, also eine Mischung aus Videogestreamten und Präsenz. Da möchte ich ganz besonders hinweisen auf die Diskussion im World Café, die stattfindet, zeitgleich mit der Podiumsdiskussion Selbsthilfe für Patienten und Angehörige. Und das, damit Sie zu Hause, die Sie das anschauen am PC, das nicht verpassen, werden wir das auch zusammenfassen, damit auch ja nichts verloren geht. Worüber ich mich besonders freue, ist, dass die Landeskrebsgesellschaften das Programm der Cancer Survivors Week mitgestaltet haben und werden. Das sind ja die, es sind fünf Landeskrebsgesellschaften, die dabei sind. Die Berliner sind schon erwähnt. Das sind ja die Spezialisten und die auf psychosoziale Beratungen von Angehörigen und Patienten in erster Linie natürlich spezialisiert sind. Also die verstehen ihr Handwerk in den Ländern und helfen da und bringen ihre Erfahrungen natürlich auch in diese Woche mit ein. Und das freut uns sehr, dass wir da eine enge Verbindung geknüpft haben, die sich jetzt auch schon im zweiten Jahr bewährt. Jetzt will ich es aber bei diesem Vorwort belassen. Ich will nur sagen, es werden in dieser Woche spannende Veranstaltungen sein. Die Aufforderung, immer Fragen, immer sich einschalten bei den Expertengesprächen, die kommen werden. Fragen, sich einbringen, Input ist da ganz wichtig, denn wir lernen da auch etwas daraus. Jetzt kann ich nur sagen, allen Mitwirkenden an diesem Programm, danke ich recht herzlich und wünsche Gutes Gelingen allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Spannende Veranstaltungen, Veranstaltungen, aus denen Sie wirklich persönlichen Nutzen ziehen können. Insofern gutes Gelingen für die Cancer Survivors Week. Frau Dr. Schrader, vielen Dank für diese Einleitung, wo Sie auch nochmal erklärt haben, warum wir dieses Motto gewählt haben. Niemand ist alleine krank. Und die vielen Hinweise schon auf die vielen Angebote, die in der Woche folgen und auch schon auf das um 19.10 Uhr stattfindende ExpertInnen-Gespräch. Da haben wir zwei verschiedene Themen. Da werde ich Sie aber auch nachher nicht nur darauf hinweisen, wann es genau losgeht, sondern auch wie Sie da wirklich hinkommen. Für alles andere können Sie einfach in diesem Stream bleiben, zum Beispiel für das zweite Grußwort von Frau Professorin Feier von der Berliner Krebsgesellschaft. Ja, herzlichen Dank Frau Dr. Schrader für die einführenden Worte und auch schon den Überblick, den Sie gegeben haben. Natürlich auch ganz herzlichen Dank an die Deutsche Krebsstiftung für die Initiative, die German Cancer Survivors Week zu organisieren und ins Leben zu rufen. Eine ganz tolle Initiative. Wir haben gehört, es ist schon das zweite Mal, dass die Cancer Survivors Week läuft. Öschkeldiniz, Sie werden sich wundern, was das ist. Das ist die Begrüßung auf Türkisch und wir sind hier in Berlin. Sie haben vielleicht gehört, dass Kreuzberg Klein-Istanbul ist und deswegen auch meine Begrüßung auf Türkisch. Sie wissen, dass Krebs keine Sprachbarrieren kennt, keine Ländergrenzen kennt und Cancer Survivor in vielen Sprachen miteinander kommunizieren und Menschen, die eine Krebserkrankung überwunden haben und ihre Angehörigen sprechen halt viele Sprachen und sie bringen unterschiedliche Erfahrungen mit und deswegen holen die Länder Krebsgesellschaften. Auch hier wurde bereits von Frau Dr. Schrader fokussiert. Hier holen die Länderkrebsgesellschaften die Menschen dort ab, wo sie stehen und unter Berücksichtigung der kulturellen Besonderheiten und im Mittelpunkt der Arbeit der Landeskrebsgesellschaften, die ich als deren Sprecherin auch hier vertrete, steht der Mensch. Die Diagnose Krebs bedeutet für viele Menschen, einen erheblichen Einschnitt in ihr Leben und es wird mit vielen Problemen konfrontiert. Krankheitsbezogene Ängste spielen dabei eine besondere Rolle und aber auch Veränderungen in der Beziehung zu Angehörigen, zu Freunden, zu Partnern und hier ist es wichtig, dass die zusätzlichen Belastungen, die für sowohl Patienten als auch Angehörige entstehen, durch psychosoziale Beratungen, die in den Länderkrebsgesellschaften stattfinden, fokussiert werden und auch bearbeitet werden. Ich blicke voller Spannung auf das Programm der German Cancer Survivors Week und hier wird beispielsweise die Krebsgesellschaft Nordrhein-Westfalen sich dem Thema mitwenden, wie gehen wir bei Krebserkrankungen miteinander um. Welche Sprache können wir finden, wenn wir eigentlich sprachlos sind? Die Thüringer Krebsgesellschaft rückt am Mittwoch die jungen Erwachsenen in den Mittelpunkt und in den Fokus? Und was sind die besonderen Herausforderungen? Ich möchte das nicht vorweg nehmen, aber hier gibt es natürlich auch ganz viele interessante Aspekte und am Donnerstag können Sie einen Roboter treffen und Einblick in die Wohnung einer Angehörigen bekommen und die Landeskrebsgesellschaften Hamburg und Schleswig-Holstein informieren über ihre Beratungsangebote. Lassen Sie mich zum Abschluss noch einmal auf die Berliner Krebsgesellschaft zurückkommen, deren Vorständin ich bin und die gemeinsam mit der Deutschen Krebsstiftung diese Auftaktveranstaltung gestaltet. Ich hatte bereits erwähnt, warum ich zu Beginn Sie alle auch in türkisch begrüßt habe und die kultursensible Beratung unterstützt hier in Berlin Menschen auf Wunsch in türkischer Sprache. Wir haben zwei spezielle Beratungsangebote in türkisch und hier werden Barrieren überbrückt, die unter Umständen durch kulturelle Besonderheiten bestehen. Das können Diskriminierungserfahrungen sein, fehlende Orientierung im Gesundheitswesen ganz wichtig. Sie werden vielleicht schon wissen, dass es den sogenannten Onkolotsen gibt, der hier hilft, eine entsprechende Orientierung zu finden. Und in diesen speziellen kultursensiblen Beratungen wird das Verständnis für die kulturellen Unterschiede noch einmal bearbeitet und diskutiert mit den Betroffenen. Und eine unserer Beraterinnen hatte das Wort kultursensibel so verstanden und kommuniziert als menschensensibel. Und das, finde ich, ist ein guter Ausblick für die uns bevorstehende Woche, menschensensibel Beratung, den Menschen wertschätzend zu begegnen. Und das ist, denke ich, das Anliegen aller Mitwirkenden der Cancer Survivors Week. Vielen Dank. Vielen Dank Ihnen, Frau Professor Feier. Frau Dr. Schrader, vielen Dank, dass Sie die Grußworte hier gehalten haben und gleich schon den Ausblick auf die Woche uns alle neugierig gemacht haben auf das, was in dieser Woche passiert. Also auch vielen Dank dafür. Dann bleibt mir Ihnen ganz kurz abzureißen, was heute hier passiert. Frau Dr. Schrader hat es vorhin schon gesagt, wir schicken einen Teil der Gruppe, die hier vor Ort ist, in sogenannte World Cafés, ein Workshop, der aber inhaltlich nicht ganz an Ihnen vorübergeht, weil wir Ihnen später auch die Ergebnisse dieses Workshops hier präsentieren werden, dieses Diskussionsformates. Wir werden eine Podiumsdiskussion haben mit drei pflegenden Angehörigen und wir starten mit zwei Fachvorträgen. Und der zweite Vortrag wird von Prof. Dr. Frank Gisela gehalten. Zuvor hören wir aber Prof. Dr. Anja Mena-Teuerkauf zum Thema psychologische Unterstützungsangebote für die Angehörigen von Menschen mit Krebs. Für Sie zu Hause ist das vom Bild kaum ein Unterschied. Und für alle, die hier im Raum sind, wir hören Frau Prof. Anja Mena-Teuerkauf hinten auf unserer Leinwand. Und ich frage jetzt einfach mal, ob sie uns schon zugeschaltet ist. Guten Abend. Guten Abend. Ich höre Sie gut. Ich hoffe, Sie hören mich auch. Und vielen Dank für die freundliche Einführung. Liebe Frau Prof. Fehr, liebe Frau Dr. Schrader, vielen Dank auch für die schöne Einführung in das Thema. Und ich würde hier gleich loslegen. Das Thema ist psychologische Unterstützungsangebote für Angehörige von Menschen mit Krebs. Und Sie haben es ja schon gehört, dass das ein Thema ist, was uns alle. Es geht um die psychische Belastung von Angehörigen. Und wenn wir über Angehörige sprechen, dann sprechen wir natürlich über eine sehr große Gruppe unterschiedlicher Angehöriger. Aber es ist sehr deutlich, dass schwere chronische und auch unheilbare Erkrankungen eines Familienmitglieds natürlich weitreichende und häufig auch langfristige Auswirkungen haben auf die Partnerschaft, auf die gesamte Familie. Und ich habe es eben schon gesagt, es gibt ja eine ganz große Bandbreite von Angehörigen, die manchmal auch als Patienten zweiter Ordnung bezeichnet werden. Es sind ganz häufig Lebenspartner, Ehepartnerinnen, aber auch Kinder, hier vor allem die Töchter und die Schwiegertöchter und kleinerer Teil natürlich auch Freunde, entferntere Angehörige. Angehörige haben ja eine ganz wichtige, aber gleichzeitig auch schwierige Aufgabe, nämlich sozusagen das ganze Familienleben, die Partnerschaft am Laufen zu halten, sozusagen sich um den erkrankten Patienten zu kümmern und gleichzeitig auch selber stark genug zu sein, um das alles sozusagen leisten zu können. Und es gibt eine ganze Reihe von Belastungsquellen. Das ist natürlich die Konfrontation mit der Erkrankung, die Schwere der Erkrankung, die Symptomlast, aber auch der Verlauf, die Prognose. Und gleichermaßen auch die Krankheitsfolgen, von denen wir wissen, dass sie sehr vielfältig sein können. Das fängt an von Funktionseinschränkungen, starke Ängste auch, kognitive Defizite vielleicht. Und Angehörige unterstützen den Patienten, die Patientinnen, auf vielfältige Weise. Sie müssen die normalen Aktivitäten aufrechterhalten, haben häufig eine Mehrfachbelastung, nämlich die Erkrankung, den Haushaltsberuf, vielleicht auch Kinder, die noch im Hause sind. Sie unterstützen emotional, aber natürlich auch mit ganz vielen praktischen Dingen, sind oft an Behandlungsentscheidungen eingebunden und sind eine wichtige Informationsquelle für das Behandlungsteam und den Arzt. Sie haben natürlich eigene, starke, emotionale Belastung. Wir wissen aus der Literatur, dass Angehörige häufig genauso, manchmal sogar stärker belastet sind als die Patienten selber. Typische Belastung sind so die Gefühle der Hilflosigkeit, der Ohrenmacht, Überforderung, aber natürlich auch Angst um die Patientinnen und den Patienten, Unsicherheit im Umgang, Verlustängste, Kommunikationsprobleme. Und sozusagen aber auch manchmal konfliktreiche Situationen mit emotionalem Rückzug. Und sie haben auch die Konfrontation mit der eigenen Frustration, weil der permanente Vorrang der Bedürfnisse des Patienten führt manchmal auch zu Frustration. So dieses Gefühl, immer stark sein zu müssen, selber auch vielleicht nicht genug gewürdigt zu werden. Jemand könnte zum Beispiel sagen, wie es mir geht, das interessiert eigentlich niemanden. Dabei bin ich die ganze Zeit für meinen Angehörigen da. Und diese Folie zeigt Ihnen einfach nur sozusagen, dass die Belastung, das, was ich schon gesagt habe, der Angehörigen sehr, sehr hoch ist. Zwischen 30 und 50 Prozent entwickeln sogar eine psychische Erkrankung, der Erkrankung des Patienten zum Beispiel häufig Angststörungen. Und wir sehen in der Literatur, das sind mal unterschiedliche Graphen. Da wurden weibliche und männliche Patienten und eben auch die Angehörigen jeweils untersucht über einen Verlauf von der Diagnose über drei Jahre. Und was Sie sich einfach merken können, dass besonders die Partnerinnen psychisch besonders belastet sind. Aber es sind auch die Frauen, die sich eher von sich aus psychische, psychoziale Unterstützung holen. Eine besondere Herausforderung in der Kommunikation mit Angehörigen ist die Kommunikation und häufig eben das Schweigen, die Nicht-Kommunikation. Es gibt manchmal so eine Verschwörung des Schweigens über die Prognose, aber auch Unstimmigkeiten im Zeitpunkt über die zu vermittelnden Informationen. Vermeidung sozusagen, auch Unterstützung in Anspruch zu nehmen, nicht belasten wollen, ist eine häufige Beobachtung. Auch Beobachtung und auch die Ablehnung von Hilfe, wenn man selber stark sein möchte. Und das führt eben häufig dazu, dass in der Familie nicht gut kommuniziert wird und beide belastet sind. Die Patienten, aber auch die Angehörigen natürlich. Aber welche Unterstützungsmöglichkeiten gibt es? Die Psychoonkologie hat ja in den letzten Jahren zu einer Verbesserung auch sozusagen in der Psychoonkologie selber, aber auch in der gesamten Krebsbehandlung geführt. Und was tun wir? Psychoonkologische Interventionen sollen Menschen dazu befähigen, ein höchstes Maß an Selbstständigkeit und Lebensqualität zu bewahren. Ihnen, also immer den Patienten, aber eben auch den Angehörigen, beim Umgang mit den Krankheits- und Behandlungsfolgen helfen. Und vor allen Dingen auch, was man so als Hilfe zur Selbsthilfe bezeichnet, nämlich eigene Strategien der Krankheitsbewältigung zu entwickeln. Und in Deutschland ist die Psychoonkologie natürlich oft in den Krebs-, oder regelhaft in den Krebszentren, in zertifizierten Krebszentren vorhanden, in der onkologischen Rehabilitation. Aber, und hier kommen vor allen Dingen die Angebote für die Angehörigen ins Spiel, in den Krebsberatungsstellen, die ja seit zwei Jahren regelfinanziert sind durch die Krankenversicherung, wo nicht nur Patienten, sondern Angehörige gleichermaßen Beratung erhalten können. Und bei stärkeren Belastungen bei Vorliegen einer psychischen Erkrankung eben auch die ambulante Psychotherapie, die aber häufig eben auch mit Wartezeiten verbunden ist. Was machen wir? Wir bieten Einzelpaargruppenangebote an. Und unser Behandlungsspektrum reicht eben von der Information, von der psycho-onkologischen Beratung bis hin zur Psychotherapie, hier supportiv ausgerichtet, das heißt unterstützen mit unterschiedlichen Interventionen. Und wir haben verschiedene Angebote hier. Das habe ich eben schon gesagt. Frauen gehen meistens selber von sich aus, suchen sich selber von sich aus Unterstützung. Deswegen gibt es unterschiedliche Angebote, zum Beispiel auch für Männer, deren Frau an Krebs erkrankt ist. Hier ein Angebot, das wir gerade in Leipzig bei uns etablieren. Es gibt auch Online-Angebote. Ich möchte auf eines hinweisen, das wir im letzten Jahr entwickelt haben, ausgehend von der AOK. Es ist aber für alle Angehörigen offen, der sozusagen Familiencoach Krebs, der nochmal ganz gezielte Online-Unterstützungsmöglichkeiten gibt, für Angehörige hier mit verschiedenen Belastungssituationen umgehen zu können und auch konkrete Unterstützungsangebote in Anspruch nehmen zu können. Damit möchte ich schließen. Was ist eigentlich sozusagen eine resiliente Partnerschaft, eine resiliente Familie? Das sind bestimmte Merkmale. Es ist die Fähigkeit, zum Beispiel Regeln, Rollen, Verhaltensmuster, auch in stark belastenden Lebenssituationen neu definieren zu können, also eine gewisse Flexibilität sicherzustellen in der Partnerschaft, in der Familie. Dann, das habe ich eben schon genannt, die Fähigkeit, gut zu kommunizieren, auch Meinungsverschiedenheiten zu lösen und letztendlich so die ja auch in der normalen Resilienz wichtige Überzeugung, dass man auch schwere Lebenssituationen gemeinsam meistern kann. Und damit bin ich am Ende und danke Ihnen schon mal für die Aufmerksamkeit. Das ist nach zwei Jahren Pandemie ungewohnt, dass da Menschen sitzen, die auch klatschen. Aber danke dafür, Frau Prof. Minder-Teuerkauf. Vielen Dank für diese Übersicht zu dem Thema und dass Sie auch gleich noch weiterführende Angebote, bei denen man sich informieren kann, mitgenannt haben. Vielen Dank dafür. Und dann übergebe ich direkt jetzt das Wort an Prof. Dr. Frank Gisela von der Uni Lübeck. Sein Vortrag ist zum Thema Angehörige, die dritte Kraft bei medizinischen Entscheidungen. Herr Prof. Gisela, können Sie mich schon hören? Ja, ich kann Sie hören. Können Sie mich auch hören? Wir können Sie hören und sehen. Vielen Dank, Sie haben das Wort. Freut mich. Also, das war ja ein interessanter Vortrag mit der Einleitung, wie komplex die ganze Geschichte ist, das ist wirklich sehr vielschichtig. Und ich bin heute jetzt hier in diesem Vortrag deutlich konkreter. Ich weise auf ein Projekt hin, das wir durchgeführt haben in Lübeck, im Institut für Sozialmedizin. Unter der Leitung von Herrn Prof. Katalinic haben wir eine sehr aktive Forschergruppe, die qualitative Forschung macht. Und daraus stelle ich Ihnen heute ein Projekt vor. Das Thema Angehörige, die dritte Kraft von medizinischen Entscheidungen. Es geht um Entscheidungen, die man fällt. Ich bin Prof. Frank Gieser. Ich arbeite in Lübeck als Hämato-Onkologe an der Klinik für Hämatologie und Onkologie und bin der Leiter des Bereichs Palliativmedizin und Ethik in der Onkologie. Ich bin auch der Vorsitzende der Schleswig-Holsteinischen Krebsgesellschaft und war an diesem Projekt maßgeblich mitbeteiligt. Kurz als Hintergrund. Worum geht es? Es geht darum, dass sich die moderne Hämato-Onkologie geändert hat in den letzten zehn Jahren und nach wie vor rasant ändert. Wir haben viele neue Entwicklungen, die wirklich alles betreffen, die die Therapie betreffen, der Umgang mit dem Patienten. Wir haben verbesserte Sterberaten. Also wir haben immer mehr Menschen, die länger leben mit Krebserkrankungen. Besonders evident wissen Sie sicher beim Mammakarzinom zum Beispiel, beim Brustkrebs, wo wir ja wirklich jahrelang Lebenszeiten haben. Wir haben immer mehr ältere Patienten, die an Krebs erkranken, weil sie eben vorher nicht an anderen Erkrankungen wie zum Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen sterben. Und wir haben durch die Therapien auch immer mehr Patientinnen und Patienten mit chronischen Verläufen. Das heißt, die leben mit ihrer Krebserkrankung lange Zeit. Das ist etwas Neues. So viele Patienten in dieser palliativen Krebsversorgung über Monate und Jahre haben wir in den letzten Jahren vorher nicht gehabt. Für diese Patienten können wir Therapien anbieten. Auch das konnten wir früher nicht. Ich habe ja schon ein paar Jahrzehnte auf dem Buckel in der onkologischen Therapie. Und ich kann sagen, das hat sich massiv geändert. Wir haben inzwischen Therapieangebote, sinnvolle Therapieangebote, jetzt sinnvoll meine ich im Sinne von klinischen Studien, Überlebenszeiten und Tumoransprechen, die eben auch für ältere Patienten und für Patientinnen und Patienten mit Vortherapien sinnvoll anzubieten sind. Die sind häufig oral als Tabletten, sind individuell dosierbar und haben ganz andere, aber häufig weniger Nebenwirkungen, obwohl wir eben auch Nebenwirkungen sehen, die wir vorher in dieser Form nicht hatten. Zum Beispiel Fatigue-Symptomatik hat sich doch deutlich in den Nebenwirkungen vermehrt oder Haut und Haare und ähnliche Nebenwirkungen, über die wir in Ruhe auch nochmal an anderer Stelle sprechen können. Zusammenfassend, wir haben im Vergleich zur Vergangenheit viel mehr Krebspatientinnen und Krebspatienten mit chronischen Verläufen. Und diesen Patienten können wir zielgerichtete Therapien anbieten, die im Wesentlichen zur Verbesserung der Lebensqualität angeboten werden können. Und da gibt es eben eine Reihe von onkologischen Leitlinien, wo man das nachlesen kann. Hieraus, aus dieser Neuerung in der Hämato-Onkologie ergibt sich, dass wir auch mit älteren Patientinnen und Patienten auch mit Vortherapien doch immer wieder Entscheidungen treffen müssen. Das heißt, soll man nun diese neuen Medikamente einsetzen oder nicht? Früher hat sich die Frage gar nicht gestellt. Da ging es rein um symptomatische Therapie. Heute stellt der Facharzt, die Fachärztin unseren Patientinnen die Frage, sollen wir denn die Therapie, zum Beispiel eine gezielte Strahlentherapie oder eine orale Therapie noch durchführen. Und da gibt es eben verschiedene Stichworte, erwünschte, unerwünschte Wirkung, Überlebenszeit, Lebensqualität. Das sind alles so Stichwörter, die bei der Entscheidung eine Rolle spielen. Die Frage ist, wie entscheidet sich denn ein solcher Patient, eine solche Patientin in so einer Lebenssituation? Und die Lebenssituation ist natürlich für jeden anders. Da spielt das Alter eine Rolle. Also nicht nur das, was auf dem Papier steht, auch das gefühlte Alter, die Lebenserfahrung, das Umfeld, die persönliche Situation. Wir haben inzwischen aktualisierte Leitlinien, die das berücksichtigen. Das heißt, auch gerade zum Beispiel bei Brustkrebs gibt es Leitlinien für ältere Patientinnen. Das ist bei nicht allen Krebserkrankungen so, aber da arbeiten die Fachleute ganz kräftig daran, dass sie das machen. Das heißt, es gibt Leitlinien für ältere Patienten, die durchaus auf klinische Studien beruhen und ganz wichtig sind. Also sinnvoll sind, meine ich. So, wie ist das denn mit der Adherenz zu den Leitlinien? Und da haben wir in Schleswig-Holstein mal unser Landeskrebsregister durchgeforscht und haben gefunden, dass die Adherenz, also das Umsetzen der Leitlinien, bei älteren Patientinnen schlecht ist. Das heißt, je älter die Patienten, Patientinnen sind, umso weniger wird auf das gehört, was der Facharzt, die Fachärztin ihnen empfiehlt. Und das hat ganz handfeste Konsequenzen. Das heißt, man kann glasklar sehen, dass das Gesamtüberleben bei den älteren Patientinnen, die sich nicht an die Leitlinien vorgeschlagenen Therapien halten, signifikant schlechter ist. Da gibt es eine Reihe von Studien. Ich habe hier mal ein paar zitiert. Wenn Sie noch mehr haben wollen, können Sie mir gerne eine E-Mail schicken. Da kann ich Ihnen gerne noch weitere Literatur geben. Das war der Grund für ein Forschungsprojekt, das wir bis Anfang dieses Jahres durchgeführt haben, vom BMF gefördert. Nennt sich Deliver Determinanten für Leitlinien, kongruente Versorgung von älteren Krebspatientinnen und Krebspatienten. Da können Sie sich ja jetzt mal selber überlegen, was könnten denn die Gründe sein, warum ein älterer Patient eine Therapie nicht annimmt. Und da kommen sehr viele Ideen. Wir haben das in der Gruppe durchdiskutiert, das mangelnde Vertrauen vielleicht von Älteren, die nicht zufriedenstellende Kommunikation, die Angst vor den Nebenwirkungen, die vielleicht größer ist bei älteren Patientinnen und Patienten. Also wirklich eine breite Palette von verschiedenen Gründen, die dort angeboten wurden. Wir haben uns dann entschlossen, einen qualitativen Forschungsansatz zu wählen. Das heißt, wir wollen eine offene Fragebögen machen. Wir wollen nicht fragen, haben Sie Angst, haben Sie Vertrauen oder so. Also diese Dinge, die wir vermuten, abfragen, sondern wir haben gesagt, wir machen ein Interview mit den Patienten, wo wir fragen, wie hat es denn ausgesehen, die Therapie? Haben Sie denn das befolgt oder nicht? Und dann so, dass die Patienten sozusagen von sich aus uns die Gründe offenlegen, warum sie eine Therapie durchgeführt haben, eine empfohlene Therapie oder nicht. Und das war interessant. Wir haben wirklich interessante Ergebnisse gekriegt, die ich und viele unserer Kollegen in dieser Form nicht erwartet haben. Das möchte ich Ihnen mal hier zeigen. Kurz zur Befragung. Wir haben also 61 Patienten befragt mit unterschiedlichen Erkrankungen, wo man da recht sieht. Und Abweichung von der vorgeschlagenen Therapie war bei 35 Prozent. Das ist ungefähr das, was auch in der Literatur zu finden ist. Also so ein Drittel der Patientinnen und Patienten in dem Alter über 70 Jahren, eher noch ein bisschen mehr, teilweise bis 40, 45 Prozent, nehmen die Therapie nicht an. Die haben wir also befragt mit vielen unterschiedlichen Erkrankungen, Ältere und Jüngere. Viele komplizierte Ergebnisse. Ich fasse das hier in einem Bild zusammen, was eigentlich natürlich überhaupt nicht geht. Ich kann Ihnen mal sagen, was wir nicht gefunden haben. Wir haben nicht gefunden, dass die Patienten gesagt haben, die Kommunikation mit den ärztlichen Kollegen war nicht in Ordnung. Die haben sich nicht genügend Zeit genommen. Die haben sich nicht darum bemüht, dass ich vielleicht nicht gut hören kann. Das stimmt nicht. Die Patienten waren durchweg zufrieden, haben gesagt, ja, mit mir ist ordentlich geredet worden. Ich habe das alles verstanden. und das ist auch ein toller Arzt, den kann ich auch empfehlen und so weiter. Es wurde vieles berücksichtigt. Meine Fragen wurden beantwortet. Also das war nicht der Grund. Wir sehen hier auf der linken Seite verschiedene Gründe für die Akzeptanz, die wir dann auch publiziert haben. Können Sie gerne nachlesen. Doktor, why should I do this? Und rechts Gründe für die Ablehnung. Insgesamt zusammengefasst spielt der Begriff Meaningfulness, Sinnhaftigkeit, eine wichtige Rolle. Sinnhaftigkeit heißt, die Patientin, der Patient überlegt sich, macht das für mich persönlich Sinn, das zu machen? Und das ist fast schon eine philosophische Qualität. Macht das Sinn? Und der Sinn ist für jeden persönlich anders definiert. Wir haben zwei Dinge, oder eigentlich vier Dinge, die wichtig sind. Oben links steht Cost-Benefit. Das heißt einfach nutzen Nebenwirkungen. Da fragen die den Arzt oder gucken im Internet, wie lange habe ich Überlebenszeit und so. Das ist das eine, spielt für manche eine Rolle. Dann der Doktor. Wie hat der Doktor mit mir geredet? Hat er alles dargelegt? Dann die Future Expectations. Was erwarte ich von der Zukunft? Und der Einfluss der Familie. Und zwei Gründe waren ganz besonders wichtig. Der Einfluss des Doktors. Wie hat er das Gespräch geführt? Wie ist er auf diese philosophische Qualität, Sinnhaftigkeit eingegangen? Und unten links Einfluss der Familie. Heute fokussiere ich auf Einfluss der Familie. Das mit dem Doktor lasse ich mal weg. Halte ich Ihnen gerne noch mal einen Vortrag darüber zu einem anderen Zeitpunkt. Heute geht es um die Familie. Die Familie spielt eine wichtige Rolle. Ich sage hier mal Familie. Eigentlich sind es sogenannte Caregiver auf Englisch. Caregiver ist ein bisschen ein anderer Begriff als Vertrauensperson. Das ist einer, der sozusagen von sich aus eine Fürsorge gibt. Ein Caregiver. Auf Deutsch würde man sagen, Vertrauensperson passt nicht so ganz. Deswegen schreibe ich Caregiver nicht, weil ich kein Anglizismus gerne mag, sondern weil ich eigentlich kein richtiges deutsches Wort dafür gefunden habe. Sie werden gleich sehen, warum ich das meine. Wir haben hier spezielle Interviews geführt mit 37 Patienten, Durchschnitt 73 Jahre, übrigens älter und jünger. Was heißt das? Ich habe gesagt, ältere Patienten sind häufiger nicht, folgen häufiger nicht der Therapie. Da war der Altersdurchschnitt der Median war 69. Älter heißt in diesem Fall über 69 oder unter 69. Das ist das, was statistisch signifikant unterschiedlich ist. Und dann haben wir Interviews mit, 43 Interviews mit sogenannten Caregivern geführt. Also Leute, die sich darum kümmern, um ihre anderen, um ihre Freunde, Familie, sonst etwas. Da haben wir herausgefunden, das ist, was wir eben schon gesehen haben, an internationalen Studien genau das Gleiche. Das meiste sind Spouses, das heißt also Partner, Lebenspartner, müssen nicht Ehepartner sein, Lebenspartner und spielt übrigens keine Rolle, ob es Männer, Frauen gemischt, sonst was ist. Das ist völlig egal. Das spielt überhaupt keine Rolle. Dann häufig Töchter, häufiger als Söhne, deutlich häufiger, die Caregiver sind. Dann gibt es Close Friends, Brüder und Schwestern und so weiter. Also es sind im Wesentlichen aber Familienmitglieder. Familienmitglieder, die hier sich kümmern um ihr Familienmitglied. Und interessant ist schon mal das erste Ergebnis dieses hier. Ungefähr 76 Prozent unserer Patientinnen haben angegeben, dass sie Caregiver haben. Aber bei dem Arzt-Patienten-Gespräch waren nur 38 Prozent bei 38 Prozent die Caregiver dabei. Das ist etwas, was auch international ungefähr in der gleichen Größen, und es war eher ein bisschen besser bei uns. Aber die sind eben häufig nicht dabei, obwohl sie zum Beispiel vor der Tür sitzen. Die bringen den Patienten, der Patient wird reingebeten, gibt das Gespräch mit dem Arzt-Patient wieder raus. Da wird über Therapiemöglichkeiten gesprochen. Es werden viele Dinge besprochen. Es wird eine Entscheidung getroffen. Der Patient geht raus und sagt eben der Tochter, sage ich jetzt mal, vor der Tür. Die fragt, na, was habt ihr beschlossen? Dann sagt sie, ja, wir machen doch eine Therapie. Und dann sagt die Tochter, ach Quatsch, Mutter, das machst du nicht. So, und da war die Stunde Gespräch in 15 Sekunden beendet. Das heißt, die Patientin macht die Therapie nicht, weil die Tochter einfach sagt, will ich nicht. Ich sage jetzt Tochter, kann genauso der Sohn sein. Also jetzt bitte nicht hier festnageln darauf. Aber es sind eben häufiger Frauen, die sich darum kümmern auch. Das heißt, wäre es nicht vielleicht besser gewesen, den Caregiver mit reinzubitten, der eben häufig die Patientinnen auch bringt, also sich physikalisch darum kümmert. Das ist aber eben häufig nicht der Fall. Häufig haben wir das Standardmodell. Das haben wir hier mal aufgezeichnet. Wir haben also den Facharzt auf der linken Seite. Der hat Leitlinien im Kopf, der hat Erfahrung, patientenbezogene Parameter. Ganz klar, der ist älter, hat eine Niereninsuffizienz und so weiter. Der Facharzt gibt eine Therapieempfehlung ab, steht da unten Nummer eins, Therapieempfehlung an den Patienten. Der Patient trifft dann eine Therapieentscheidung, entweder selber oder im besten Fall teilt er die Entscheidung dem Facharzt mit. Und beide gemeinsam, jetzt der gepunkelte Pfeil oben auf die drei, treffen eine Therapieentscheidung. Wäre es nicht besser, ein erweitertes Modell zu machen? Das ist nämlich wirklich selten der Fall. Erweitert heißt also, die Vertrauensperson mit einzubeziehen, die dem Patienten, der Patientin hilft, indem sie die Lebensgeschichte mit einbezieht. So ungefähr, ja Mutter, du hast ja noch nie was gut vertragen und warum willst du jetzt die Chemotherapie haben? Und weitere Informationsquellen mit einbezieht und eventuell eine Dreiergruppe von Facharzt, Patient und Vertrauensperson bildet. Ist eine gute Idee, aber, jetzt kommt das aber, wir haben festgestellt, dass die Vertrauenspersonen sich unterscheiden. Wir haben also den Patienten, der eine Therapieentscheidung trifft, wir haben den Facharzt, der Vertrauen, Werte, Aufklärung, Informationen bietet. Und wir haben, und das ist das Besondere, was in der Studie rauskam, zwei verschiedene Gruppen von Vertrauenspersonen, sogenannte passive Caregiver und aktive Caregiver. Der passive Caregiver ist meinetwegen die nette Nachbarin. Die passt auf die Katze auf, die bringt die Patientin zum Arzt, holt sie auch wieder ab, mischt sich aber nicht in die Therapieentscheidung ein. Auch das gibt es bei Kindern, bei Enkeln, die das machen, bei Partnern, die sich im Prinzip sagen, du kannst mich fragen, was du willst, aber wenn du keine Therapie willst, dann rede ich dir nicht rein. Oder wenn du mit dem Arzt das beschlossen hast, dann unterstütze ich dich in deinem Entschluss. Das ist ein passiver Caregiver, der unterstützt auch oder bestätigt einen Entschluss, den aber der Patient im Wesentlichen selber trifft. Und dann gibt es sogenannte aktive Caregiver. Und das sind welche, da will ich fast sagen, die teilweise maligne waren. Das war also so, wenn wir die mit einbezogen haben, ich kann mich gut erinnern an eine ältere Dame, die war ungefähr 88, ihre Tochter war Ende 50. Und wenn ich dann die Patientin befragt habe, wie finden sie denn das, dann hat die Tochter sofort gesagt, Mutter, das kann ich für dich beantworten. Du kannst das gar nicht vertragen. Da brauchen wir überhaupt nicht drüber zu reden. Das heißt also, das Gespräch, das Arzt-Patienten-Gespräch hat eigentlich gar nicht mehr stattgefunden, weil der aktive Caregiver glaubt, eine Entscheidung für die Patientin besser zu treffen als sie selber. Das ist häufig eben ein umkehrtes Fürsorgeverhältnis, wenn früher Mutter sich ums Kind gekümmert hat, ist es dann im Alter umgekehrt. Das Kind kümmert sich um die Mutter und übernimmt eine Verantwortung für die Mutter. Das heißt, wir haben eigentlich letztendlich gar kein echtes Arzt-Patienten-Gespräch mehr, wenn wir den Caregiver sozusagen reinbitten in so einem Fall, sondern dann ist es nur noch ein Arzt-Caregiver-Gespräch und der Caregiver kann es dann dem Patienten erklären. Ist es das, was wir wollen? Ich weiß es nicht. Wir sind also letztendlich mit dieser Studie hier jetzt mit diesen Ergebnissen. Und wir diskutieren natürlich ganz heftig bei uns und ich kann mir gut vorstellen, dass Sie sich gerne daran beteiligen, wie geht man denn nun weiter? Ist es denn nun gut, Caregiver mit reinzubitten immer oder soll man sie lieber vor der Tür lassen? Und wenn man merkt, dass so einer sich einmischt und sozusagen gar nicht die Meinungsbildung des Patienten, der Patientin zulässt, ist es gut, das zuzulassen und sagen, da kann ich ja nun auch nichts dafür. Das sind ja jetzt die Familienverhältnisse. Oder möchten Sie als Arzt, als Ärztin oder eben als Patientin auch lieber, dass in Ruhe, sage ich mal, in längeren Gesprächen mit der Patientin, dass sie es auch versteht, Gespräche geführt werden, die letztendlich eine Entscheidung auf Patienten eben, also die Autonomie der Patienten besser erhalten. Ich ende mit meinem Vortrag mit einer offenen Frage. Das heißt, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich weiß, dass Caregiver, Vertrauenspersonen in der Entscheidungsfindung eine erhebliche Rolle spielen. Aber wir brauchen ganz sicher noch mehr Forschung und wir brauchen vor allen Dingen eine geänderte Gesprächskultur. Da schließe ich mich komplett meiner Vorsprecherin an. Wir brauchen ein völlig neues Kommunikationsmodell in der heutigen Situation mit Informationsquellen überall. mit Bewertungen, mit Meinungen von allen, die einprasseln auf die Patienten, Patientinnen. Wir brauchen eine Autonomie der Patienten, die erhalten bleibt, aber trotzdem eine Versorgung innerhalb der Familie. So, meine Damen und Herren, das war mein Vortrag. Ein bisschen furios und mit offenem Ende. Wenn Sie Literatur haben wollen, dann klicken Sie auf diesen Link oder halten Sie Ihr Handy da drauf. Dann finden Sie von mir eine Reihe von Publikationen zu diesem Thema, wo die Daten und Fakten auch nochmal richtig aufgearbeitet sind. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und danke, dass Sie mich eingeladen haben zu diesem Vortrag. Herr Professor Gisela, es war toll, Sie dabei zu haben. Vielen Dank für den wichtigen Input, für diese Studie. Alle Fragen, die reingekommen sind, auch während dem Vortrag von Professor Minna Teuerkauf, die haben Sie während Ihres Vortrags dann schon selbst beantwortet. Deswegen müssen wir jetzt gar keine Fragerunde anschließen, sondern können direkt zum nächsten Programmpunkt kommen. Also vielen Dank, Frau Professor Minna Teuerkauf, wenn Sie uns noch hören. Und Herr Professor Gisela, vielen Dank für den Input, den ich auch direkt mit in die nächste Diskussion nehme. Denn es geht hier um die Angehörigen im Fokus. Und deswegen habe ich jetzt drei Personen, drei Damen neben mir sitzen, die alle selbstpflegende Angehörige sind oder waren. Einmal ist bei mir Hayri Osh, gebürtige Hamburgerin, habe ich gelernt und selbst Krebsbetroffene und Mitglied der ersten Hamburger Pink-Paddler-Gruppe. Aber Sie fahren nicht nur Drachenbootrennen, sondern sind auch Migrationsbeauftragte im BRCA-Netzwerk, einer Selbsthilfegruppe für Frauen mit einem familiär bedingten Brust- oder Eierstockkrebs. Außerdem sind Sie Gutachterin bei der Deutschen Krebshilfe und ich freue mich sehr, dass Sie heute bei uns sind. Ja, ich freue mich auch sehr. Danke. Als zweite möchte ich Ihnen vorstellen, Kerstin Paradies, sie ist Pflegeexpertin mit 30 Jahren Berufserfahrung und sie ist Sprecherin der Konferenz Onkologische Kranken- und Kinderkrankenpflege in der Deutschen Krebsgesellschaft. Vielen Dank auch, dass Sie heute hier sind und Ihre langjährigen Erfahrungen in diesem speziellen Bereich mit uns teilen. Vielen Dank für die Einladung. Und als drittes möchte ich Ihnen hier im Raum und allen, die uns zu Hause zuschauen, Beate Hornemann vorstellen, Psychoonkologin am Universitätsklinikum Dresden. Und da können wir doch gleich dann auch mal ansetzen an dem, was heute hier vorgestellt wurde mit dem neuen Kommunikationsmodell. Aber ich würde ganz gerne, Frau Hornemann, sehr, sehr gerne einmal mit Ihnen über, ich habe ja gesagt, Sie sind alle drei auch eingeladen, weil Sie selbstpflegende Angehörige sind, über Ihre private Situation sprechen zum Einstieg. Sie kümmern sich um Ihre 83-jährige Mutter, haben Sie mir erzählt, die an Krebs erkrankt ist und nach dem Tod ihres Vaters den Lebenswillen verloren hatte. Ergänzen Sie das gerne, wenn Sie möchten. Geben Sie uns da weitere Fakten, aber vor allem die Information, wie geht es Ihrer Mutter heute? Ja, die Ergänzung vielleicht insofern, dass meine Mutter im letzten Sommer erkrankt ist, sich auf dem Weg der Besserung fand und dann leider mein Vater verstorben ist, was natürlich meine Mutter bis heute und uns als ganze Familie noch ganz schön prägt. Und leider bekam sie dann im Februar diesen Jahres eine Diagnose, dass der Tumor metastasiert ist und sehr schnell willigte sich eine Operation ein, die allerdings dann mit starken Komplikationen verbunden war. Und das war dann der Moment, wo wir noch mehr als nur bei der Unterstützung der Trauer als Familie gefragt waren. Ich wurde von dem Chefarzt persönlich angerufen, mit der Ausnahmegenehmigung bei Corona tägliche Besuche vorzunehmen und wurde im Prinzip schon auch als Unterstützungsleistung anerkannt, so nach dem Motto, wir brauchen jetzt jemanden, der versucht, ihre Mutter zu motivieren, durchzuhalten, weil es sich doch nach ärztlicher Ansicht lohnt, doch weiter der Behandlung zu folgen. Das heißt, da wurden Sie mit einbezogen und dann waren Sie glücklicherweise von der Profession Psycho-Onkologin und konnten das auch leisten. Na, ich glaube, das ist eine andere Herausforderung. Ich bin schon lange Psycho-Onkologin, aber wenn man dann selber als Mensch betroffen ist, ist das noch ein Stück anders. Natürlich kannte mich der ärztliche Kollege in dieser Funktion und hat mich, glaube ich, auch hauptsächlich in dieser Funktion wahrgenommen. Aber es war letztendlich doch zusätzlich auch Schwerstarbeit. Und es war auch weiterhin eine, insofern dann richtige Psycho-Onkologin mit an Bord, die auch mit meiner Mutter gesprochen hat und letztendlich auch mit mir. Wie hat sich denn Ihr Leben durch die Diagnose Ihrer Mutter verändert, Tagesablauf, als Sie dann festgestellt haben, auch da braucht es Unterstützung, Pflege an Ihrer Seite? Ja, also das war ein ziemlicher Einschnitt, den ich letztendlich auch ohne Unterstützung wiederum meiner Angehörige und meiner Freunde, glaube ich, nicht so geschafft hätte. Also einerseits diese Corona-Situation, die hieß, die dürfen jeden Tag rein, aber sie müssen sich jeden Tag testen, bedeutete, dass ich in der Klinik, in der ich eigentlich arbeite, gar nicht mehr präsent sein konnte, in Sorge, dass ich mir dort sozusagen Corona einfange. Da hatte ich meine Kollegen im Hintergrund, die sofort gesagt haben, sie machen die Patientenbetreuung und ich konnte ins Homeoffice gehen. Das ist das eine. Und diese täglichen Kontakte gepaart mit einer gewissen eigenen Isolation, das fand ich schon eine große Herausforderung. Dass ich letztendlich dann ja auch meinen Kindern und wiederum auch unterstützend zur Seite stehen musste, weil die natürlich auch Angst hatten, dass sie jetzt ihre Großmutter verlieren. Und einerseits haben wir den Wunsch verstanden, dass meine Mutter ein Sinnerleben verloren hat, weil ihre Lebensliebe sozusagen verstorben war. Und andererseits haben wir aber den fachlichen Aspekt gesehen, dass es sich doch lohnt, vielleicht doch weiter zu machen und beispielsweise die Orientierung auf ihrem über alles geliebten Urenkelchen liegt. Und letztendlich hat sich das auch durchgesetzt. Also meine Mutter konnte dann, ich hatte dann schon das Pflegebett zu Hause. Ich bin von einem wunderbaren Klinik-Sozialdienst beraten worden. Also ohne den hätte ich das, glaube ich, nicht geschafft. Der hat mir ganz viel Orientierung gegeben. Das war auch die einzige Profession, außer der Psycho-Onkologin, der mich mal gefragt hat, wie es mir eigentlich geht. Und der hat mir bei einem Pflegegrad geholfen. Der hat mir das Pflegebett organisiert. Als sie dann nicht zu mir nach Hause zum Sterben gekommen ist, sondern in die Kurzzeitpflege, hat er mir da wiederum geholfen. Und jetzt ist meine Mutter wieder zu Hause und versucht sich ins Leben zurückzufinden. Meine Tochter und mein Sohn sind da große Unterstützer. Meine Tochter geht einmal in der Woche hin. Wir wechseln uns ab. Wir gehen einkaufen. Wir kochen. Wir sind präsent. Mein Sohn kocht für meine Mutter. Und das Urenkelchen wird auf sie losgelassen. Dann ist sie auch immer ganz heiter gestimmt. Und über dem allen steht ja noch diese Trauer. Aber wir haben das Gefühl, dass sie wieder Lebensorientierung gewonnen hat. Wie lange hat es denn gedauert? Sie sind da gerade auch so drüber weg und ich wollte Sie nicht unterbrechen. Wie lange hat es gedauert, bis Sie gefragt wurden, wie es Ihnen geht und was Sie brauchen? Ja, eigentlich hat mich das nur der Kliniksozialdienst gefragt, als es ums Entlassmanagement ging. Und er hat ja in der ersten Runde mich ja auch eher gefragt, was brauchen Sie? Da meinte er nicht mich, sondern was kann ich tun? Was haben Sie zu Hause? Brauchen Sie ein Pflegebett? Also das hätte ich mir, glaube ich, eher mal gewünscht. Andererseits kenne ich ja diesen Klinikablauf und diese Schnelllebigkeit. Und ich weiß, dass die Kollegen das nicht böse meinen. Die sind in ihrem System verhaftet. Ich hatte eher den großen Wunsch, dass man sich meiner Mutter zuwendet. Und das wurde auch gemacht. Also die haben da auch ihr Zeit gegeben, haben sie in ein Einzelzimmer gelegt. Also ich muss schon sagen, dass ich da sehr dankbar war. Die hätten gerne, gerne schneller agiert und schneller noch in August abgepumpt und sie dann zur Reha geschickt oder so. Und haben dann diese Umorientierung mitgemacht. Also muss ich auch sagen, kann ich mich gar nicht beschweren. Aber ich kann nur allen Angehörigen sagen, sorgt auch für euch. Also so wie es Frau Prof. Anja Miener-Teuerkauf gesagt hat, diese emotionale Belastung, der manchmal in die Richtung geht mit Rückzugstendenzen und so. Das habe ich auch alles durch. Und Angehörige brauchen auch Angehörige, die sie damit durchtragen. Angehörige brauchen auch Angehörige, selbst wenn sie psychoonkologisch so vorgebildet sind. Das stießt sich meine nächste Frage an. Unterscheidet sich denn, oder wenn Sie auf Ihre Beratungstätigkeit als Psychoonkologin blicken, deckt sich das mit den Erfahrungen, die Sie jetzt selbst als Angehörige gemacht haben? Also um welche Themen geht es meistens bei den Leuten, die Sie beraten? Ja, letztendlich ist es schon ähnlich. Also ich meine, wir haben das jetzt gerade gehört, auch in dem zweiten Vortrag, dass ohne diese Therapieentscheidung, also bei der Therapieentscheidung, Angehörige dabei sein sollen. Und das klingt immer so einfach. Für Angehörige ist das schwer. Und in meinem persönlichen Fall habe ich das ja auch erlebt, dass da zwei Herzen in meiner Brust schlagen. Einerseits dieses Verständnis für die trauernde Person, die eben jetzt auch in einer bilanzierten Entscheidung treffen kann, ich möchte eigentlich nicht mehr. Und dieses Gefühl, dass ich aber denke, ich habe jetzt meinen Vater hergegeben, ich möchte jetzt eigentlich nicht meine Mutter hergeben, wenn es nicht sein muss. Und dass man auch den Motiven und diesen Gefühlen der Angehörigen sich eben auch widmet. Das mache ich schon die ganze Zeit in meiner Tätigkeit. Aber ich habe jetzt noch mal gemerkt, wie schnell man Angehörige ausschließlich als Support empfindet und deren Belastungserleben vielleicht hinten runterfällt. Was würden Sie sich da wünschen? Na, ich würde mir schon wünschen, dass das mal jemand sagt. Also, dass mal jemand sagt, bei mir war es beispielsweise so, als meine Mutter dann, als wir dann meine Kinder auch mal mit hin durften, mein Sohn, dass mein Sohn dann geweint hat, als wir draußen vor dem Zimmer standen. Und erst da kam eine Pflegekraft und hat gesagt, kann ich Ihnen helfen? Bis dato haben die mich das nie gefragt. Vielleicht auch, weil die mich kennen in der Rolle, obwohl das nicht, also sie am Uniklinikum behandelt wurden, dass die dachten, die wird das schon irgendwie machen. Aber da hätte ich manchmal gedacht, ach, sag doch mal was Nettes. So für einen Moment. Würden Sie sagen, das kann man einfordern oder das kann man auch aktiv sich wünschen, wenn man die Kraft dazu hat und die Idee dazu hat, welches Bedürfnis man hat? Ich weiß nicht. Also ich habe es nicht in dem System dann dort von mir gegeben. Ich habe es dann eher eben in meinem Umfeld, dass ich von dort dann gerne auch gehört habe, die Leute, die gesagt haben, Mensch Beate, das ist aber für dich jetzt auch ganz schön schwer, oder? Weil ich gleich mit Frau Paradies auch über Pflege und spezialisierte Pflege sprechen werde. Von mir die Frage noch an Sie. Was sind denn bei Ihnen jetzt die täglichen Herausforderungen in der Pflege Ihrer Mutter? Ja, momentan ist es ganz konkret, es ist jetzt am Freitag, da kommt der MDK zur Begutachtung. Da ist meine Mutter schon ganz aufgeregt, das muss ich letztendlich mit ihr jetzt durchsprechen. Und ist Ihre Mutter eine von denen, die sagt, ich kann noch alles? Ja, also meine Mutter ist sicherlich jemand, der am liebsten vorher zum Friseur gehen würde und als die Hausärztin zum Hausbesuch da war und dann weg war, hat meine Mutter zu mir gesagt, jetzt schaff mal den Rollator in den Keller. Sie war immer gesund und dann kam auf einmal das, das fällt ja eben auch schwer, sich als kranke Person zu empfinden. Aber momentan ist es so, dass sie eben auf dem Weg der Besserung ist, da bin ich auch ganz glücklich drüber. Sie traut sich aber noch nicht alleine in die Öffentlichkeit und deshalb sind unsere Dienste letztendlich jetzt mit ihr spazieren zu gehen, sie wieder so ein bisschen fürs Außen zu motivieren und damit sie aus ihrem, was sind das Wort, das Schneckenhaus rauskommt. Danke bis hierhin, wir sprechen gleich noch weiter. Ich gebe mal weiter zu Frau Paradies, Sie sind nicht nur Pflegeexpertin, als die ich Sie vorgestellt habe, sondern eben auch selbst indirekt betroffen. Ihr Vater hat gerade eine Krebsdiagnose bekommen. Jetzt beschäftigen Sie sich schon so viele Jahre mit dem Thema, arbeiten auch als Dozentin, geben wir Wissen weiter. Was ist Ihnen da durch den Kopf gegangen, dass es Sie jetzt persönlich betrifft? Also meine Mutter hat vor fünf Jahren die Diagnose eines metastasierten Mama-Karzinomen bekommen. Damit konnte ich gut umgehen, weil ich aus der gynäkologischen Onkologie komme. Also da wusste ich ungefähr, was kommt auf uns zu, wie sind die Therapieoptionen und so weiter. Mein Vater hat vor zweieinhalb Wochen die Diagnose eines Blasenkarzinoms bekommen. Da waren wir schon geschockt, weil ich auch sagen muss, meine Mutter ist 88, die ist noch fit, geistig, körperlich. Mein Vater 84, da merkt man schon das gewisse Alter. Und da habe ich dann überlegt, wir sind 150 Kilometer entfernt, ich in Hamburg, meine Eltern in Mecklenburg-Vorpommern. Wie kriege ich das gewuppt? Wie kriege ich das alles unter einen Hut? Und wenn ich an den letzten Referenten denke, muss ich sagen, ich bin eine einmischende Angehörige. Das Wort mag ich überhaupt nicht, aber ich sage es hier nochmal. Ich habe Sie auch zucken sehen vorhin, Frau Oß übrigens auch, die hat da bestimmt auch noch was dazu zu sagen. Ja, weil mich das ein bisschen gestört hat. Wir sprechen hier in diesem Fall vom älteren Patienten und 69-jähriger Patient ist schon alt, aber es ist ja kein älterer Patient. Meine Eltern sind ältere Patienten und da bedarf es schon einer guten Unterstützung. Aber auf Ihre Frage zurückzukommen, natürlich bin ich eine professionelle Pflegende mit über 30 Jahren Berufserfahrung, 20 Jahre in der Onkologie tätig und nichtsdestotrotz bin ich auch in die Rolle gerutscht. Ich bin Tochter und da sind die Empfindungen ganz anders. Und das auch, was Frau Hornemann gesagt hat, in der Klinik habe ich jetzt gerade am Sonntag erlebt, als ich dann gefragt habe, wie geht es mit meinem Vater weiter? Da wurde mir gesagt, wie Frau Paradies, Sie wissen doch, wie es läuft. Nein, das weiß ich eben nicht. Ich bin Tochter und ich bin keine Pflegekraft in diesem Krankenhaus, in dem mein Vater lag. Also immer diese Voraussetzung Angehörigen, die jetzt in der Pflege arbeiten oder in der Psychoonkologie oder, 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 die sind dann plötzlich emotional auf einer ganz anderen Stufe und die wollen auch als Angehörige behandelt werden und nicht auf einmal als professionelle Pflegende. Ziehen Sie Ihren Vater an, Sie wissen, wie das zu machen ist. Da habe ich gesagt, stopp, ich bin jetzt hier Tochter und um mehr geht es gar nicht. Aber wie gut, dass Sie sich da abgrenzen können. Das habe ich gelernt durch über zehn Jahre Fortbildung für onkologische Pflegekräfte und medizinische Fachangestellte, wo wir sehr viel Kommunikation und Psychoonkologie in unseren Fortbildungen haben. Und da habe ich natürlich ganz viel abspeichern können. Das heißt, ist das auch ein Thema in Ihren Fortbildungen, dass Sie sagen, es gibt den, also, dass Sie die Rollen klären. Bis dahin seid ihr Pflegepersonal und ab da seid ihr privat und dürft auch trauern? Unbedingt. Trauern? Unbedingt. Sonst wird uns der Beruf ja irgendwann krank machen. Das kann ja nicht sein. Und von daher bin ich jetzt als Kockvorstandssprecherin natürlich interessiert, dass es ganz viele Fort- und Weiterbildung für das medizinische Personal gibt im ambulanten, stationären Bereich. Der große Vorteil in einem stationären Bereich, in einem Zentrum ist, dass Sie Sozialarbeiter vor Ort haben, die schon mal die ersten wichtigsten Sachen, die für die Pflege weiter wichtig sind, vor Ort besprechen. Aber wenn Sie sich mal die Liegedauern angucken, Mama-Karzinom-Patienten, Mittwoch wird die Diagnose gestellt, andere Woche Montag werden sie operiert, die Woche drauf Mittwoch werden sie entlassen, Tumorkonferenz und dann ist die Diagnose. Und dann kommen die Patienten ja zu uns in die Pflege und sprechen mit uns, was kommt auf mich zu? Und die ärztlichen Kollegen sind ganz toll in der Aufklärung, aber in der sprachlichen Umsetzung, das, was der ärztliche Kollege gesagt hat, kommen sie dann wieder zu uns. Das heißt, um zu verstehen, was daraus folgt, was zu leisten ist. Und was Sie gerade beschrieben haben bei dieser speziellen Krebsform, ist das ja auch sehr schnell. Wir reden da von einer Woche. Okay, das heißt, man ist gerade noch so beim Verarbeiten und Trauern, dass die Gesundheit nicht mehr da ist in dieser Phase am Anfang. Und mein Vater, ich war beim Aufklärungsgespräch, habe ich gefragt, ob ich dabei sein darf. Der Kollege war sehr nett und hat gesagt, natürlich dürfen Sie dazukommen. Und ob Sie es glauben oder nicht, als wir rausgegangen sind, habe ich dann zu meinem Vater gesagt, und Vati, hast du alles verstanden? Und da hat er gesagt, vielen nicht. Und ich war froh, dass du dabei warst. Und da habe ich so bei mir gedacht, ja, und das ist auch etwas, was man auch als Angehöriger leisten kann, wenn man es sich zumutet. Darum geht es ja. Von jüngeren PatientInnen höre ich ganz oft, die dann auch Mobiltelefone bedienen können, dass sie dann so ein Gespräch auch mitzeichnen, wenn das okay ist für den Arzt, um sich es später in Ruhe nochmal anzuhören, wenn dieser erste Schock einfach vorbei ist. Bei dem Beispiel, das Sie gerade beschrieben haben mit dem Mammakarzinom, da kommt man ja sehr schnell in die Position, auch zu entscheiden, welche Dinge möchte ich übernehmen als Angehöriger, auch im Bereich der Pflege. Also was würden Sie da Angehörigen raten, wie schnell kann man überhaupt, sage ich mal, sein Leben ja teilweise auch umstellen, um dann in diese Rolle kommen zu können, um selber zu pflegen? Ich weiß nicht, wie lange jeder Einzelne dafür braucht. Ich denke, das kommt auf die Situation drauf an. Wir fangen mal bei der Therapie, bei der Diagnose, bei der Therapiefindung an. Nichts muss ganz schnell innerhalb von 24 Stunden entschieden werden. Also man sollte sich schon die Zeit lassen. Und natürlich sollen Patienten sich auch Rat einholen. Sie sollen das mit den Angehörigen besprechen. Aber ich hatte es im Vorfeld schon gesagt, ich habe eine Handbewegung, die ich meinen Patientinnen und auch den Angehörigen immer mit auf den Weg gegeben habe. Ich trage ihre Entscheidung mit. Und die Entscheidung, die in dem Moment getroffen wird, lassen Sie es mich anders sagen. In Hamburg haben wir von November bis Februar Schiedwetter. Da regnet es. Ich habe oft Patientinnen gehabt, die gesagt haben, also ich möchte die Therapie hier heute abbrechen, weil es draußen so grau und grau war. Und da habe ich gesagt, ja, Sie treffen die Entscheidung. Von diesen ganzen Patienten, die da waren, sind alle nächsten Tag, übernächsten Tag wiedergekommen und haben gesagt, sie machen weiter. Aber es war eine Situation, die sie dazu bewogen haben, mit der Therapie zu hadern. Warum, wieso? Das hat mich gar nicht so interessiert. Für mich war wichtig, der Patient muss dahinter stehen, was er möchte und was er nicht möchte. Und die Angehörigen sollen begleiten. Und es gibt noch eine Handbewegung, die ich eigentlich immer gesagt habe. Patienten, die in die Tagesklinik kommen, die von Angehörigen begleitet werden. Da stand auf der Stirn des Angehörigen dick drauf, ich habe Angst, was kann ich tun, was für Möglichkeiten habe ich. Angehörige stehen ja oft daneben, die wollen ja was tun, wissen aber gar nicht, was sie tun können. Aber was können sie tun? Was können sie tun? Sie sollen uns ansprechen. Wo ist der Bedarf? Brauchen sie Gespräche? Auch Angehörige brauchen Gespräche. Was für Hilfsmittel brauchen sie? Brauchen sie eine Haushaltspflege? Können wir Kontakt mit den Krankenkassen aufnehmen? Natürlich können jetzt meine Kollegen, die das hören, sagen, Mensch, Frau Paradies, was soll ich noch alles machen? Schluss. Wir haben die Zeit, wir haben die Möglichkeiten, uns diesen Patienten und Angehörigen zu widmen. Und manchmal bedarf es nur, dass man auch mal Angehörige in ein Zimmer genommen hat und mal gefragt hat, wo drückt der Schuh? Ich sehe es Ihnen doch an, irgendwas bewegt Sie. Und dann bricht das aus Ihnen heraus, Sie können einfach nicht mehr, weil die Last, die Sie tragen, zu groß ist. Was können wir tun? Haushaltshilfe. Ich kann mir vorstellen, dass viele Angehörige auch diese Hilfsbereitschaft oder dass sie selber was tun wollen, dass darin kanalisiert wird, diese Hilflosigkeit, die man hat, wenn man so eine Diagnose hört und man möchte vielleicht auch zu viel tun. Gibt es Grenzen in der Pflege von Angehörigen? Sowohl als auch. Es gibt Patienten, die schon mit einem aufgeschlagenen Laptop kommen und sie haben auch Angehörige, die mit einem aufgeschlagenen Laptop kommen und sagen, das und das könnte ich alles und das und das und das. Das überfordert natürlich auch. Es muss alles in einem richtigen Maß, in einem richtigen ... Ich meinte es sogar noch anders. Würden Sie sagen, es gibt Dinge, die kann man als Angehöriger in der Pflege gar nicht leisten, wenn ein Angehöriger an Krebs erkrankt ist und ich möchte unterstützen? Gibt es Sachen, wo Sie sagen, nee, das wirklich nicht? Was machen Sie mit einem Patienten, der durchmetastasiert ist und Knochenmetastasen hat, der bettlägerig ist, der gewaschen werden muss, der gelagert werden muss? Das kann ein Angehöriger gar nicht wissen. Dafür gibt es eine professionelle Ausbildung in der Krankenpflege. Und da kann man auch sagen, bis hierher und bitte nicht weiter. Da braucht man einen häuslichen Pflegedienst, der darauf spezialisiert ist. Und das sage ich auch immer. Oder wenn Sie ein ulzerierendes Mama-Karzinom haben, was offen ist. Es riecht unangenehm. Da sind Angehörige mit überfordert. Und das müssen Sie auch nicht tun. Bloß, was ich von Angehörigen mir wünschen würde, dass Sie uns daraufhin ansprechen, dass wir gucken können, welche Möglichkeiten gibt es, mit wem können wir Kontakt aufnehmen, dass Sie das nicht machen müssen. Es gibt andere Baustellen. Wenn der Verband drauf ist, Patient ist gut versorgt, dann mit Ihnen zu kommunizieren, mit Ihnen spazieren zu gehen oder, oder, oder. Aber alles andere sollte in der Hand bleiben bei den Leuten, die es wirklich können. Jetzt haben Sie gerade Beispiele genannt, also offene Wunden zum Beispiel oder sehr starke Schmerzen durch Metastasen, Wettlägerigkeit. Ich kann mir gut vorstellen, dass gerade im engen körperlichen Kontakt mit Angehörigen es auch Tabuthemen gibt oder Themen, die auch zu besonderen, ja, sage ich mal, Herausforderungen führen. Können Sie da noch weitere Beispiele nennen? Also, da ich aus der gynäkologischen Onkologie komme, Sexualität spielt eine ganz große Rolle. Wer spricht über Sexualität? Das haben wir schon so oft in unseren Fortbildungen auch schon mal als Thema gehabt. Da spricht gar keiner drüber. Beide Seiten bewegt dieses Thema, aber keiner spricht wirklich darüber. Ein anderes Thema, das Thema Ernährung. Ich durfte mal eine gewisse Zeit hämatologisch-onkologisch arbeiten mit ganz vielen männlichen Kollegen, Prostata-Karzinom-Patienten, Bronchialkarzinom-Patienten, die mir gesagt haben, das große Problem der Ernährung. Morgens fragt die Ehefrau, was möchtest du heute Mittag essen? Ja, ich habe Appetit auf richtig schönen Fisch. Frau gibt sich Mühe, brät, tut, macht. Der erste Geruch kommt an, dann setzt sich der Mann an den Tisch und sagt, ich kann nicht essen und beginnt schon zu würgen. Frau fühlt sich, so haben sie es mir erzählt, Frau Paradies, mein Mann liebt mich nicht mehr, also ich tue, ich mache. Das Verständnis muss auch bei den Angehörigen da sein, zu verstehen, warum ist das gerade so? Warum hat er diese Geruchsempfindung, diese Geschmacksveränderung? Das hängt mit der Chemotherapie zusammen. Und auch hier habe ich immer einen Satz, den ich den Angehörigen mit auf den Weg gegeben habe. Meistens waren es ja die Ehepartner, die Lebenspartner, dass ich gesagt habe, Ihre Frau wird sich während der Therapie in ihrem Wesen oftmals verändern. Das hat aber nichts mit Ihnen als Partner zu tun, sondern das ist die Therapie, das ist die Verarbeitung der Erkrankung. Wenn Sie sich vorstellen, Frauen verlieren auf einmal ihre Brust, das macht doch was. Und da müssen die selber erst mal mit sich klarkommen, ehe das der Angehörige versteht. Aber Angehörige müssen mit ins Boot geholt werden, dass sie es auch verstehen. Also ich habe vorhin gerade zu meiner Kollegin gesagt, wir haben noch sehr, sehr viel zu tun, damit alle wirklich mit dieser Erkrankung einigermaßen gut umgehen können und uns keiner hinten runterfällt. Weder der Patient noch der Angehörige. Ich glaube, das ist so das, was ich mir wünschen würde. Das nehme ich als vorläufiges Schlusswort von Ihnen. Aber bevor ich zu Frau Uß komme, habe ich eine Frage, die uns online gestellt wurde, die ich gern an Sie drei weitergeben möchte. Frau Hornemann, wie kann Abgrenzung gelingen, wenn man als Angehöriger so gefordert, teilweise überfordert ist, wenn Krebs in die Familie kommt? Das heißt, wir reden jetzt über die Pflege, wir reden über, was kann ich tun, aber wie kann ich mich auch abgrenzen? Als betroffener Angehöriger sozusagen. Ja, also ich denke, es geht ja auch darum, dass das wahrscheinlich die Belastung auch immer eine gewisse Dauer hat. Und da ist es eben auch richtig, wie ich vorhin versucht habe, zu sagen, dass Angehörige sich auch ein Unterstützungsteam sozusagen aufbauen oder in Anspruch nehmen. Also ich kenne das beispielsweise auch von mir selber oder auch von denen, die vor mir sitzen im professionellen Kontakt, dass ich beispielsweise mal gesagt habe, kannst du heute mal zu meiner Tochter, kannst du heute mal zur Oma gehen? Ich schaffe das heute nicht. Ich hatte heute Patienten, die ähnlich erkrankt sind und jetzt noch die Oma. Dass man also da sozusagen auch auf Antennen bei sich selber achtet, die eben sagen, das ist jetzt zu viel, dann bist du auch wirklich nicht mehr hilfreich und dann fühlst du dich danach wahrscheinlich auch nicht gut. Also man muss eingebettet sein auch in eine Struktur, die einen da sozusagen auch ersetzt, wenn man das als zu viel erlebt. Das auch wahrnehmen und mitteilen. Zum Thema Abgrenzung, Frau Paradies. Ich glaube, das Schlimmste ist, wenn Angehörige das Gefühl bekommen, ich habe ein schlechtes Gewissen, weil ich nicht mehr tun konnte. Das darf gar nicht sein. Nicht jedem gelingt es, Angehörige zu betten, zu waschen, zu füttern, die Infusionen zu wechseln und so weiter und so fort. Das kann nicht jeder. Aber ich glaube, wichtig ist es so, wie Frau Hornemann schon sagte, dass man sagt, bis hierher kann ich etwas leisten, jetzt brauche ich Hilfe. Wenn ich bei mir jetzt gucke, muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, ich weiß noch gar nicht, wie es wird. 150 Kilometer, ich arbeite die ganze Woche. Ich kann mir noch gar nicht vorstellen, wie ich das mit meinem Vater, mit meiner Mutter regeln werde. Aber auch da werde ich sicherlich Lösungen finden. Kommt Zeit, kommt Rat, Step by Step. Noch ist es nicht so akut, aber gedanklich bin ich schon in der Verarbeitung. Was kann ich als nächstes tun? Und was für mich ganz, ganz wichtig ist, ich muss drüber sprechen. Ich muss über das, was mich emotional bewegt, das muss raus. Und wenn ich es ausgesprochen habe, dann geht es mir ein kleines bisschen besser. Und das würde ich auch den Angehörigen mit auf den Weg geben. Sprechen, sprechen, sprechen. Und fordern Sie es ein. Auch bei uns im niedergelassenen Bereich, wenn wir manchmal den Eindruck hinterlassen, dass wir wenig Zeit haben, so ist es nicht immer. Für solche Fälle nehmen wir uns die Zeit. Aber das müssen auch Angehörige lernen, dass sie diesen Anspruch haben, sich an uns zu wenden. Vielen Dank dafür. Frau Ohls, haben Sie auch das Gefühl, wenn man sprechen möchte, findet man Leute, die einem auch helfen und einem als Gesprächspartner dienen? Auf alle Fälle. Also das ist ja auch eines meiner Hauptanliegen, über das Thema Krebs zu sprechen. Es ist natürlich kein beliebtes Thema. Es ist kein Mainstream-Thema. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich darüber spreche, dann wird einem auch geholfen. Und ich habe, also zu dem Thema mit den Angehörigen, ich habe die Sterbebegleitung von unserer Mutter, die wir jetzt in den letzten drei Monaten intensiv gemacht haben, die habe ich auf Instagram gebloggt. Und ich dachte am Anfang so, mal gucken, da kam auch ordentlich Gegenwind. Aber es kamen aber auch ganz viele Rückläufe, die gesagt haben, wir finden das ganz gut. Wir haben das gleiche Thema zu Hause. Und ich muss dazu sagen, unsere Mutter war durchmetastasiert mit Lungenkrebs und hochgradig dement. Also die Demenz kam auch noch dazu. Und ich habe das einfach so gemacht, dass ich diese Sterbebegleitung gebloggt habe und habe wirklich durchweg natürlich auch negative Kommentare gekriegt, aber durchweg mehr positiven Rücklauf. Also man muss darüber sprechen. Das heißt, Sie haben die Menschen erreicht, die auch darüber sprechen wollten und die dann auch Ihnen Feedback geben konnten. Vielleicht ganz kurz, weil ich das jetzt nicht zum Eingang gesagt habe. Sie haben jetzt Ihre Mutter gepflegt, die am 1. Mai gestorben ist. Genau. Vielen Dank, dass Sie heute trotzdem da sind, so kurz danach, um heute mit uns darüber zu sprechen. Und Sie haben auch Ihren Vater schon gepflegt, auch mit einer Krebserkrankung. Und Sie sind aber auch selber an Krebs erkrankt. Genau. Mein Vater war an metastasierten Brusthatterkarzinom erkrankt und hat die Erkrankung leider verschwiegen. Erst als das Kind in den Brunnen gefallen war, hat er meine Schwester und mich darüber informiert. Und dann ging halt der Pflegemarathon los. Ich habe dann damals durch die Mitpflege unseres Vaters meinen Job verloren. Bin dann, ja, quasi, dann hat der Anwalt das alles geregelt gehabt. Und dann bin ich bewusst aber in die Arbeitslosigkeit gegangen für drei Monate, weil ich sagte, okay, dann machst du das Jahr voll und dann startest du wieder durch. Und als ich dann 2018 durchstarten wollte, war nichts mit durchstarten, da habe ich im Januar selber die Diagnose Mammakarzinom gekriegt. Und ja, 2018 war dann mein Brustkrebsjahr mit vollem Programm, OPs, Chemo, Bestrahlung. Ja, und als ich das alles so ein bisschen wieder gesettelt hatte, kam dann die Diagnose von unserer Mutter, hochgradige Demenz und kurz danach das mit dem Lungenkrebs. Und ich habe quasi anderthalb Jahre nach meiner Erkrankung meine Mutter zu mir genommen, um sie zu pflegen. Und das war schon ein bisschen hart im Nachgang. Aber ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Auch wenn das mit Ihrer Mutter jetzt erst so frisch ist und mit Ihrem Vater ist es eine Weile her, können Sie so ein Fazit ziehen als pflegende Angehörige, die ja jetzt nicht aus dem professionellen Bereich kommen? Sie sind da ja wahrscheinlich einfach so reingerutscht. Ein Fazit ist, Pflege ist hart. Pflege ist sehr hart. Also wenn mir jemand erzählt, wir klatschen für die Pflege und die Pflege kriegt vielleicht noch einen Bonus und all sowas, dann kann ich nur den Kopf schütteln. Das ist in keinster Art und Weise damit getan. Und es gibt einfach zu wenig Pflege. Also die Pflegekräfte laufen einem weg. Also ich weiß noch, die letzten zwei Monate war unsere Mutter da ja auch im Pflegeheim. Die Pflege hat durchweg gekündigt. Also Pflegefachkräfte, es besteht wirklich ein hochgradiger Pflegefachkraftmangel und wir haben dann ja auch im Heim geschlafen. Also wir haben wirklich Hardcore mit Pflege betrieben. Nicht so wie Sie sagen, Frau Paradies, also bis hierhin und stopp. Also wir haben wirklich, also ich weiß, wie man eine Dekobitis-Wunde mittlerweile versorgt und wie man halt eine schwerkranke, durchmetastasierte Frau hin und her bewegt, ohne dass sie halt Schmerzen hat oder schmerzlindernd bewegt und alles. Ja, also wir haben wirklich Hardcore-Pflege mitbetrieben. Genau, weil es einfach, weil die Pflege im Heim einfach zu, die sind alle überlastet. Ja, genau. Sie konnten das leisten. Jetzt sind Sie selber an Brustkrebs erkrankt. Wie geht es Ihnen denn persönlich jetzt heute? Mir geht es hoffentlich gut, sage ich jetzt immer, weil ich bin noch in den risikobehafteten fünf Jahren und ja, ich mache sehr viel Sport, ich habe die Ernährung umgestellt und bin auf sehr vielen Netzwerken unterwegs, weil ich einfach, weil Aufklärung für mich wichtig ist, was das Thema Krebs angeht, also nicht nur Brustkrebs, wie gesagt, also ich komme aus einer sehr krebslastigen Familie und wie Sie schon eingangs sagten, drüber sprechen, das ist für mich halt sehr wichtig. Jetzt haben Sie mir gerade ein Stichwort gegeben, krebslastige Familie, haben Sie gesagt. Die Besonderheit bei Ihnen ist ja, Ihre Erkrankung ist familiär bedingt. Sie selbst, BRCA-2-Genträgerin, das heißt auch andere weibliche Familienmitglieder, tragen ein erhöhtes Risiko, an Brustkrebs zu erkranken. Das heißt, Sie mussten die weiblichen Mitglieder Ihrer Familie informieren. Haben Sie da dann ganz offen drüber gesprochen, ging das sofort und wenn ja, wie haben Sie das gemacht? Also als ich meinen Gentest machen wollte, musste ich ja so einen Stammbaum anfertigen, das wird dann angefordert und ich komme aus einer türkischen Familie, aus einer sehr großen türkischen Familie und bis der Stammbaum anstand, war das ein bisschen schwierig. Es waren nicht alle Familienmitglieder gleich bereit, also Cousins, Cousinen, da Auskunft zu erteilen. Und ich habe mich dann aber letztendlich wirklich auf meine Kernfamilie fokussiert, wo dann wäre, ich habe eine sechs Jahre jüngere Schwester und selbst auch einen Sohn und einen Neffen. Und da ist es halt quasi wichtig, die zu informieren, dann alle Daten des Gentests dann zukünftig freizuschalten und zu sagen, Leute, nimmt Vorsorgeuntersuchungen wahr und mehr kann ich daher auch nicht machen. Aber wie haben die reagiert? Auf den Gentest jetzt? Ja, und auch, dass sie das erzählt haben. Also ich könnte mir gut vorstellen, man erzählt das in der Familie und viele wissen erst mal gar nicht, was das ist. Also der Großteil der Familie, was Cousins und Cousinen angeht, waren doch schon offen und haben Auskunft erteilt. Bis auf einige wenige halt. Und was mich aber erstaunt hat, es haben nur zwei dann letztendlich nochmal nachgefragt, wie dann jetzt das Ergebnis war. Also ob ich jetzt Genträgerin bin oder ob das jetzt überhaupt noch eine Bewandtnis hat für sie selbst. Und der Rest der Familie hat sich da irgendwie gar nicht mehr daran interessiert. Wir hatten vorhin den Vortrag von Professor Gisela. Da haben Sie an der Stelle, wo er erzählt hat, dass man auch andere Angehörige mit reinnimmt, Caregiver mit reinnimmt in das Gespräch. Da habe ich Sie so wahrgenommen, als da wollten Sie auch unbedingt was zu sagen. Können Sie sich noch erinnern, was Ihnen da vorhin durch den Kopf gegangen ist? Ja, mir ist aufgefallen, dass Herr Professor Gisela seine Studie da auf 37 Personen gestützt hat. Und erst einmal finde ich diese Zahl total wenig und für mein persönliches Empfinden nicht aussagekräftig. Also da gehe ich auch gerne in die Diskussion mit ihm, so nach meinen eigenen Erfahrungen. Und ich finde, wir Angehörigen da jetzt so eine Abgrenzung zu machen, ja, die Angehörigen so und die Angehörigen nicht so. Es gibt ja auch noch Betreuer, es gibt Menschen, die total ganz alleine sind, Menschen, die schwerbehindert sind und erkrankt sind, ja. Und da kann man nicht einfach sagen, ja, die bleiben jetzt außen vor und die kommen jetzt mit rein in die Besprechung. Also das, finde ich, müsste noch ein bisschen verfeinert werden. Wie war das bei Ihnen? War jemand bei Ihnen mit dabei, als Sie das Gespräch hatten? Als ich meine Diagnose erhielt, das war ein ganz komisches Moment, weil ich kam in die Arztpraxis von meiner Gynäkologin rein. Vis-à-vis an der Theke stand die langjährige Arzthelferin und dann schaute ich sie an und sagte so, ja, Frau so und so, haben Sie schon mein Ergebnis aus dem Labor erhalten? Und dann guckte sie mich nicht an, sondern guckte auf den Boden und das war quasi schon meine Diagnose. Also da hatte die Arzthelferin das der Ärztin schon vorweggenommen. Nachher natürlich im Gespräch war mein damaliger Lebenspartner mit dabei und mein Sohn kam auch noch mit hinzu. Aber wie gesagt, ich hatte die Diagnose dann schon in diesem Moment erhalten durch diese Reaktion, ja. Ich habe gerade das Zeichen bekommen, dass noch eine Frage da ist. Jetzt muss ich einmal mein Dokument hier aktualisieren. Ich habe eine Frage dazu bekommen. Ah, an wen muss man sich denn wenden für einen Gentest, um den vornehmen zu lassen? An seinen Arzt oder, also an den Arzt oder an die Ärztin, genau. Und die gucken dann halt natürlich, wie oft das familiäre... Ist das wie DKMS mit Stäbchen im Mund oder per Blut? Es wird Blut abgenommen, genau. Und es ist auch so ein bisschen mit Papierkram verbunden wieder, ja. Und also einfach an die Gynäkologin oder an den Onkologen wenden und genau. Okay. Würden Sie denn jetzt rückblickend, also wir haben das ja auch vorhin gesehen bei Professor Gisela, da sind dann auch Entscheidungen zu treffen, auch über die Therapie. Würden Sie denn rückblickend Dinge anders machen, wenn Sie jetzt zurückblicken, seit Diagnose bis heute? Also bezogen auf meine eigene Diagnose, ja. Es gibt natürlich Dinge, die ich im Nachhinein jetzt... Also was ist zum Beispiel das Thema... Ich bestäpfige mich mit dem Thema Mastektomie, halt aufgrund meiner Mutationen. Und ich bin ja nun bestrahlt, ja. Und dadurch, dass ich bestrahlt bin, wirft mich das so in meiner Entscheidungsfindung so ein bisschen zurück, weil es da halt so Feinheiten gibt, die ich mir eigentlich hätte ersparen können, wenn ich damals vor der Bestrahlungstherapie ein bisschen noch intensiver und besser aufgeklärt worden wäre. Wo bekommen die Frauen, die uns jetzt zuschauen, die Informationen her, die sie sich damals gewünscht hätten? Bei uns im BRCA-Netzwerk. Okay. Da gibt es auch eine Webseite, eine entsprechende, und da kann man sich dann informieren. Genau, www.brca-netzwerk.de, genau. Sie haben gerade auch schon angekündigt, Sie sind türkischstämmig. Und Frau Professor Feier hat am Anfang auch gesagt, hier in Berlin gibt es ein besonderes Beratungsangebot. Und wir haben einen kleinen Einspieler vorbereitet über eine türkischstämmige Krebsberaterin, die in der Berliner Krebsgesellschaft tätig ist und dort türkische Menschen berät. Und den Einspieler, den schauen wir uns jetzt einfach mal an. Ich bin die Perin Akcinat. Ich bin in der Türkei geboren, hier aufgewachsen und lebe seit einigen Jahren auch in Kreuzberg. Und vom Beruf aus bin ich Diplom-Pädagogin, systemische Familien-Sozialtherapeutin und Hospizbergleiterin. Berlin-Kreuzberg ist ein recht bunter Ort, ein multikultureller Ort, und da fühlen sich wirklich ganz viele Menschen auch recht wohl. Und wir haben hier in Berlin-Kreuzberg eine Außenstelle eröffnet. Es ist eine kultursensible, psychosoziale, türkischsprachige Beratung für Menschen, die von Krebs betroffen sind und deren Angehörige. Die kultursensible Beratung basiert ja darauf, dass die Menschen mit ihrem kulturellen Hintergrund angenommen werden. Und auch wenn die Klienten die deutsche Sprache recht gut beherrschen, merkt man schon, dass sie auch auf das kulturelle Wert legen. Es sind die gleichen Geflogenheiten, es sind die gleichen vertrauten Methoden, mit der Situation zu gehen. Und da fühlen sie sich halt vertraut und gehen dann auch damit besser um. Das Beratungsangebot zieht darauf ab, die Klienten da abzuholen, wo sie sind. Sie kommen mit ihren aktuellen Situationen, aktuellen Problemen bei uns an. Das heißt, was ist im Umwohnungfeld, was ist in der Familie oder auch was die finanzielle Situation angeht. Und darüber sprechen wir dann und gucken, wie wir dann unterstützen können. Und öfters kriege ich mit, wie die Angehörigen dann auch bedauern, dass sie als Übersetzer bei den Ärzten mit dabei sind und dass sie als Angehörige erst erfahren, dass die allerliebsten Menschen da an Krebs erkrankt sind und dass sie das übersetzen müssen. Und viele haben da wirklich Schwierigkeiten, wie bei einer Klientin. Sie meint, ich habe es sich über Herz gebracht, das zu übersetzen und ich habe erst nach ein paar Wochen ihr mitgeteilt, dass sie an Krebs erkrankt ist, die Schwester. Und das war für mich eine Situation, wo ich dachte, das geht gar nicht, dass die Angehörigen für die Patienten dann übersetzen müssen. Die Angehörigen sind ja die, die wirklich im System untergehen. Die werden nicht gesehen. Sie sind die Leidtragenden, das sind die Menschen, die dafür sorgen, dass es dem Patienten sehr gut geht. Sie versuchen mit ihren gewohnten Methoden, dem Patienten Unterstützung zu geben, indem sie zum Beispiel erst mal versuchen, mit einem Heiler aus ihrer eigenen Umgebung klarzukommen, wo sie sagen, der kann dich unterstützen. Und da schauen wir gemeinsam drüber und gucken, wie es im Gesundheitssystem in Deutschland aussieht, welche Wege sie sicher gehen können, damit der Patient eine bessere Behandlungsmethode bekommt. Für die Zukunft wünsche ich mir, dass sich das Angebot in türkischer Sprache ausweitet, auch bundesweit. Es ist wichtig, die Beratung menschensensibel durchzuführen, die Menschen da abzuholen, wo sie gerade stehen, mit all ihren Belangen. Wertschätzend, sind achtsam und feinfühlig. Perin Akcina spricht von menschensensibler Beratung. Die hat erst mal nichts mit Kultur zu tun. Und trotzdem die Frage an Sie, ist aus Ihrer Sicht der Umgang mit Krebs in türkischen Familien, weil Sie ja auch einen türkischen Migrationshintergrund haben, ein anderer als in deutschen Familien? Das glaube ich nicht. Ich denke, der Schock ist kulturunabhängig, weil dieses Demokletschwert mit dem Begriff Krebs, das ist ja wie so ein Schlag mit der Faust ins Gesicht. Und dann ist es völlig egal, aus welcher Kultur Sie da kommen. Frau Hornemann, wie wird das bei Ihnen in der Klinik geregelt, wenn Sie psychoonkologische Beratungen machen und dann vielleicht türkischstämmige oder auch Leute, die dann gar nicht die deutsche Sprache sprechen, vielleicht Arabisch sprechen, Englisch, jetzt in Zukunft vielleicht vermehrt auch Ukrainisch. Wie gehen Sie damit um? Ja, also türkisch sprechende Anliegen haben wir bis jetzt wenig in Dresden bekommen. Wir haben ein Dolmetscherpool an der Uniklinik, weil wir eben genauso, ich habe mich auch gefreut, dass Sie das gesagt haben, oder dass die Kollegin das gerade gesagt hat, dass es nicht geht, dass Angehörige die Übersetzer gleichwohl sind, weil die selber belastet sind. Aber wir haben ein Dolmetscherpool. In meinem Team gibt es einen Kollegen, der spricht Arabisch und Kollegen, die sprechen Englisch. Und das bieten wir dann auch an. Aber wir haben noch ansonsten für alle anderen Sprachen ein Dolmetscherpool von Ärzten und Schwestern und anderen Mitarbeitern der Uniklinik, die wir dann kurzerhand mit ins Boot holen können. Und ich hatte beispielsweise vor kurzem eine Vorlesung in Palliativpsychologie und hatte dort einen Fall vorgestellt von Geflüchteten aus der Ukraine. Und da hat sich dann auch ein Medizinstudenten aus dem 8. Semester bei mir gemeldet und hat gesagt, ich bin Muttersprachlerin, ich gebe Ihnen meine E-Mail-Adresse, Sie können mich gerne mit einbeziehen. Und Sie konnten dann da auf die Unterstützung bauen? Ja, also auch Medizinstudenten sind da sehr zugänglich und gewillt. Frau Paradies, Ihre Erfahrungen zum Thema andere Kulturen, kultursensible Menschen, sensible Begleitungen, nicht alle Menschen brauchen das Gleiche? Leider negativ. Ich habe kurzzeitig mal in einem Krankenhaus in Hamburg gearbeitet und wir hatten eine syrische Frau, die in die gynäkologische Ambulanz kam. Englisch konnte sie nicht, von uns konnte keiner syrisch. Dolmetscher hatten wir nicht zur Hand. Und da wurde kurz entschieden, wir holen jemand aus der Küche. Und dann hat diese syrische Dame, die bestimmt toll ist, aber die von Medizin überhaupt keine Ahnung hat, und wir dann irgendwann gesagt haben, wir wissen ja gar nicht, was sie da verstanden hat und was sie dann wiederum übersetzt. Das konnten wir gar nicht nachvollziehen. Und da habe ich dann so bei mir gedacht, also das darf es eigentlich auch nicht geben. Gut, in dem Krankenhaus bin ich nicht mehr. Bei mir im niedergelassenen Bereich hatten wir sowas eigentlich ganz, ganz selten. Wenn die Frauen kamen, haben sie meistens Angehörige mitgebracht, die einigermaßen gut Deutsch konnten und die konnten das dann übersetzen. Aber das ist schon so, wie von verschiedenen Seiten schon gesagt worden ist, es ist schlimm, wenn Angehörige die Diagnose übermitteln müssen. Das ist etwas anderes, wenn das ein ärztlicher Kollege macht, als wenn es die Tochter, Schwiegertochter oder weiß ich wer macht. Das heißt, bräuchten eigentlich alle Landeskrebsgesellschaften sowas wie die Berliner Krebsgesellschaft mit Frau Akchina aufgebaut hat? Eigentlich schon. Wir sind uns zumindest hier alle einig und das geht jetzt auch nach draußen. Vielen Dank bis hierhin. Ich habe jetzt so eine Frage an Sie. Sie haben sich ja jetzt gegenseitig auch zugehört. Gibt es denn was, wo Sie sagen, das möchten Sie an Dessera auf jeden Fall noch ergänzen? Das möchten Sie, bevor ich Ihnen auch gleich noch eine Abschlussfrage stelle, auf jeden Fall noch loswerden, wenn wir jetzt schon hier sitzen und das Gespräch ja nicht nur für alle hier im Raum ist und nicht nur für die, die jetzt aktuell live zuschauen, sondern auch für alle, die sich im Laufe des nächsten Jahres reinklicken, weil sie sich informieren möchten, weil sie vielleicht gerade eine Diagnose bekommen haben. Frau Hornemann. Also wir uns dreien ist ja gerade gemeinsam, dass wir unsere Eltern oder unsere Mutter gepflegt haben oder pflegen. Und ich denke, Angehörige, die alleinerziehend sind, Angehörige mit kleinen Kindern, mit minderjährigen Kindern, Angehörige mit behinderten Familienangehörigen, die brauchen noch eine deutlichere Brücke, als wir sie vielleicht bräuchten, weil wir sind in der Lage, uns auszudrücken und uns Hilfe zu organisieren. Wer kann die Brücke schlagen? Würde mir, also wie Frau Mähner-Törker vorhin gesagt hat, die Krebsberatungsstellen mit entsprechenden Unterstützungsangeboten, das überhaupt auch zur Anamnese gehört, beispielsweise in einem Krankenhaus, den Patienten nach seinen Angehörigen zu fragen, beispielsweise zu identifizieren, ob da minderjährige Kinder dabei sind, um dann ein konkretes Angebot zu machen. Brauchen sie Unterstützung in der Aufklärung ihrer Kinder? Also das kann auch der Kliniksozialdienst auch mit transportieren. Also das glaube ich, es ist eine zentrale Aufgabe, auch mit der Psychoonkologie, bei der Kommunikation innerhalb dieses sozialen Netzes mitzuhelfen. Und da wünsche ich mir noch mehr Brücken, also weniger die Aufgabe beim Angehörigen, sich das zu suchen, sondern dass das im Prinzip niedrigschwellig angeboten wird für diese Risikogruppen, beispielsweise eben Alleinerziehende. Da haben Sie fast schon das, was ich als Abschlussfrage stellen wollte, gleich mit beantwortet. Wir können gerne bleiben, Frau Paradies, dass Sie vielleicht was ergänzen, was Sie heute von den anderen beiden gehört haben, was Sie auch auf jeden Fall noch sagen möchten. Also ich kann, ich spreche jetzt mal als onkologische Pflegeexpertin. Ich möchte Angehörige und Betroffene wirklich ermuntern, bitten, gehen Sie auf die Pflege zu, ob im stationären Bereich oder im ambulanten Bereich. Ich möchte nicht hören, dass Patienten als auch Angehörige sagen, wir haben uns nicht getraut zu fragen, weil die Schwester über den Flur gehuscht ist. Natürlich huschen wir über den Flur. Aber es bedarf wirklich, gehen Sie auf Pflege zu, sprechen Sie eine medizinische Fachangestellte an. Ich habe dieses Problem. Welche Möglichkeiten kann ich bei Ihnen bekommen? Wo können Sie mich unterstützen? Manchmal sind wir auch in einem Tunnel drin, gucken nicht nach rechts und nicht nach links, dass wir das gar nicht mitkriegen. Aber wenn wir darauf angesprochen werden, und davon bin ich felsenfest überzeugt, gibt es keinen, der sagt, das interessiert mich nicht oder ich kümmere mich nicht darum. Auch wir in der Pflege haben ja unsere Netzwerke, ob es die Psychoonkologen sind, die Sozialarbeiter, die Logopäden, in die Ergotherapeuten, die Pflegedienste. Wir können ja was machen. Wir haben auch Kontakte zur Krankenkasse, auch wenn die uns nicht gerne am Telefon haben. Das haben wir da hingestellt. Aber wir haben sie. Und da bedarf es wirklich, und das sage ich immer, die Pflege braucht, leider haben wir zu wenig Pflegekräfte, wir müssen wieder die Schulter nach hinten bringen, uns zu sagen, wer sind wir, was können wir. Und das sollten wir für unsere Patienten und für die Angehörigen auch nutzen. Dann macht der Job wieder mehr Spaß. Vielen Dank dafür, Frau Us. Wenn Sie sich erinnern, wie Sie im Krankenhaus mitgeholfen haben und das jetzt hören, hätten Sie vielleicht an einer Stelle einfach noch mehr um Hilfe bitten müssen oder fragen müssen? Also ich glaube, die vermissen uns mittlerweile schon, meine Schwester und mich, weil die gesagt haben, irgendwie gehörten wir da schon mit zum Personal in der Zeit. Ja, was würde ich mir wünschen? Natürlich würde ich mir wünschen, dass der Pflegeschlüssel hochgesteckt wird. Ja, also eine Pflegefachkraft nachts für 40 Personen, Patienten, ist einfach zu wenig. Da brauchen wir nicht drüber reden. Und ansonsten halt drüber sprechen und ja, mit der Pflege drüber sprechen, mit den Ärzten drüber sprechen und was auch eine gute Anlaufstelle ist, die Pflegestützpunkte in den Städten aufsuchen oder sich dort Hilfe holen, weil da haben wir persönlich ganz gute Erfahrungen gemacht. Weil die natürlich auch im Zweifel einfach wissen, was den PatientInnen und den Angehörigen zusteht als Unterstützung. Gibt es da irgendwas, wo Sie jetzt sagen, also ich schaue Sie auch alle drei an, wo Sie sagen, das ist wirklich was, das sollten einfach wirklich alle wissen, dass es diese Anlaufstelle gibt oder dass einem das zusteht. Gibt es irgendwas, wo Sie sagen, da stolpern Sie immer wieder drüber, dass das Angehörige oder PatientInnen nicht wissen, fällt Ihnen dazu was ein? Also ich glaube, dadurch, dass ich ja hauptsächlich mit Frauen gearbeitet habe, Frauen betreuen durfte, junge Frauen mit Kindern, dass ihnen eine Haushaltskraft zugestanden hätte für die Betreuung der Kinder oder am Tag die Grobreinigung des Haushaltes gemacht hat. Da haben sich viele PatientInnen gar nicht getraut, danach zu fragen. Sie haben es mal irgendwann gelesen, aber gefragt haben Sie danach gar nicht. Und da liegt es dann auch an uns zu sagen, haben Sie mal drüber nachgedacht, wenn wir das beantragen würden, dass Sie sich vielleicht eine Unterstützung holen. Oder eine AHB ist klar, die steht jedem onkologischen Patienten zu, aber nur mit einer Anschlussheilbehandlung ist es ja nicht getan. Danach gibt es ja auch noch Reha-Maßnahmen, dass man dann Patienten sagt, trauen Sie sich das zu, wollen Sie nicht mal überlegen, wie ist das, Fatigue, chronische Müdigkeit, das sehen Sie gar keinen Patienten auf den ersten Blick an. Das merken Sie erst im Gespräch. Und das sind so Sachen, wo man sagt, Mensch, ich merke in der Nachsorge, da haben Sie noch diese kleinen Baustellen, die Ihnen das Leben schwer machen, wäre es nichts für Sie. Also ich finde, man darf das auch benutzen, dafür ist es ja da. Gut, dass Sie das ansprechen. Und wer dazu noch mehr Fragen hat, der ist nachher herzlich eingeladen in dem zweiten Stream, den wir anbieten, auf der Website von der Deutschen Krebsstiftung. Da sind Sie die Expertin in der Fragerunde zu Krebs und Pflege. Und man kann sie dort löchern. Das Gute an dem Angebot ist dann auch, dass es eben nicht online gestreamt wird. Man kann vielleicht noch ein bisschen detaillierter, ein bisschen persönlicher fragen. Das ist nichts, was wir dann öffentlich machen und hinterher auf die Website stellen, sondern das ist wirklich dann ein abgeschlossener Kreis von allen, die sich einwählen und dann Frau Paradies unter anderem Fragen stellen können. Ihnen dreien bis hierhin, vielen, vielen Dank. Ich würde Ihnen noch einen Abschlusssatz jeweils geben, und zwar auch, wenn Sie das teilweise gerade schon mitbeantwortet haben. Aber wenn Sie sich eine Verbesserung wünschen dürften, ich bin die gute Fee heute. Und ich bringe für jede von Ihnen einen Wunsch mit. Einen Wunsch an unser Gesundheitssystem haben wir viele, aber einen Wunsch an unser Gesundheitssystem im Hinblick auf die Angehörigen, um die es ja auch bei der heutigen Veranstaltung geht, um die Angehörigen von chronisch kranken Menschen. Wenn Sie es in einem Satz, einer Forderung, einem Wunsch formulieren dürften, was ist Ihr Wunsch für die Zukunft? Wo wollen wir hinwirken? Frau Paradies ist schon fertig. Sie macht den Anfang. Ich habe meinen Satz schon formuliert. Wie so oft, mit Angehörigen sprechen, aber nicht über Angehörige sprechen. Vielen Dank. Frau Hornemann. Ich würde mir auch wünschen, dass Sie explizit zu den Arztgesprächen mit eingeladen werden und der Patient ja mit entscheiden kann, ob er das möchte. Eine aktive Einladung der Angehörigen und Einbindung des Patienten. Ja, dass nicht vergessen wird, dass wir Angehörige auch Menschen sind und in der Zeit auch nur funktionieren. Vielen Dank dafür. Frau Us, Frau Paradies, Frau Hornemann, vielen, vielen Dank, dass Sie heute hier waren. Und das ist der Moment, wo ich mich freue, dass wir Publikum hier haben. Vielen Dank, dass Sie da waren. Ich habe es Ihnen gerade schon gesagt, Frau Paradies können Sie gleich noch im Gespräch erleben in unserer Expertinnen-Fragestunde. Wir kommen jetzt zu den Ergebnissen des World Cafés. Frau Dr. Schrade hat es am Anfang schon erwähnt, das ominöse World Café. Jetzt wissen Sie, was dort passiert. Denn wir haben das nicht online, live übertragen, den Prozess, den Workshop, die Entwicklung der Ergebnisse, sondern wir haben die Ergebnisse zusammengetragen und werden sie Ihnen jetzt präsentieren. Denn ein World Café zeichnet sich immer dadurch aus, dass es verschiedene Stationen gibt. An jeder Station wird ein Thema beleuchtet und dann gibt es einen Wechsel und alle können was beitragen. Und meistens haben die Stationen eine Person, die das Ganze im Blick hält und am Ende auch perfekt zusammenfassen kann. Und das ist in dem Fall jetzt Barbara Weisal, die schon bereitsteht mit dem Workshop-Ergebnis der Gruppe. Welche Unterstützung wünschen sich KrebspatientInnen von denen, die Ihnen nahestehen? Welche Hoffnungen und Befürchtungen verbinden Sie damit? Frau Weisal, vielen Dank, dass Sie die Ergebnisse präsentieren. Also perfekt, ich versuche es. Was wir uns eigentlich wünschen von Angehörigen oder uns nahestehenden, ist kein Mitleid, sondern mit Gefühl, Ehrlichkeit, Offenheit, echte Freundschaften, aber auch Humor. Der darf nicht verloren gehen, weil wir sind ja nicht nur krank. Wir haben weiterhin hoffentlich ein gutes Leben und daran wollen wir auch teilhaben. Wir wollen weiterhin Teil der Familie oder des Freundeskreises sein, nicht ausgeschlossen werden, sondern immer trotz der Erkrankung mittendrin zu sein. Haben Sie das noch konkreter? Also ich sehe schon die ganzen Schlagworte, auch Selbstversorge, Humor. Gibt es da noch was aus Ihrer Sicht zu ergänzen, wo Sie sagen, das ist ein Punkt, an dem haben wir uns besonders lange aufgehalten, lange diskutiert oder einer, wo Sie sich vielleicht auch gar nicht so einig waren? Eigentlich waren wir uns in allen Bereichen mehr oder weniger einig. Vieles wiederholt sich in anderen Worten, sodass man vieles in andere Sachen noch mal, also keine Abwendung, viele Menschen wenden sich doch ab. Das passiert auch innerhalb der Familie, sodass also Partner oder Freunde dann mit dem Erkrankten nicht mehr umgehen können und sich dann abwenden. Und da ist für uns eigentlich wichtig, dass auch echte Freundschaft verträgt, Ehrlichkeit. Also dann nicht einfach nur zu gehen, sondern wünschen wir uns dann eben, dass auch gesagt wird, es tut mir leid, aber ich kann mit dem Thema nicht umgehen. Da drüber zu sprechen, keine leeren Versprechungen zu machen, sondern wirklich ehrlich zu sein, Gefühle zuzulassen in beiden Richtungen, sodass man also auch der Betroffene und der Angehörige über ihre Ängste sprechen und nicht Stärke zeigen, wo sie eigentlich nicht vorhanden ist. Jetzt haben Sie als Gastgeberin ja nicht die Themen vorgegeben, sondern nur die Überschrift und dann haben die TeilnehmerInnen dann auch zusammengearbeitet. Gab es eine Karte, ein Ergebnis, was Sie auch überrascht hat, dass das rauskommt, dass das eine Hoffnung oder eine Befürchtung ist? Eigentlich nicht. Nee, Sie sind so im Thema. Ich habe mich in fast allen Themenpunkten wiedererkannt und habe natürlich ein paar Sachen noch mal hinterfragt, um für mich das Verständnis zu kriegen, meinen wir wirklich das Gleiche? Und das war auch so, sodass wir eigentlich Spaß und Normalität ermöglichen, trotz solch schwieriger Erkrankung. Spaß und Normalität trotz solch schwieriger Erkrankung ist doch ein schöner Schlusssatz und vielleicht eine schöne Zusammenfassung. Frau Weiser, vielen, vielen Dank, dass Sie uns das hier präsentiert haben. Vielen Dank. Während wir jetzt hier die Metaplanwand umbauen für die Präsentation des nächsten Ergebnisses, vielleicht von mir ganz kurz noch mal der Hinweis, dass natürlich eine solche Veranstaltung in dem Rahmen auch möglich wird durch Sponsoren. Und das ist einmal die DAK, die Deutsche Angestelltenkrankenkasse, die uns heute hier unterstützt, die Deutsche Bank, die Pharmakonzerne MSD und Roche und auch aus dem Versicherungsbereich die Zürich-Gruppe, die heute hier als Sponsoren mit dabei sind, um diese Veranstaltung möglich zu machen. Nicht nur die heute, sondern die ganze German Cancer Survivors Week 2022, die heute startet mit dieser Veranstaltung zum Thema im Fokus die Angehörigen und bis Donnerstag geht. Und jetzt komme ich zu der zweiten Arbeitsgruppe, dem zweiten World Café, der zweiten Station. Die Gastgeberin war Hedi Kerik-Bodden. Vielen Dank, dass Sie da sind. Und Sie haben Ideen zusammengesammelt zum Thema Wie erleben die Angehörigen ihre Rolle und welche Herausforderungen und Hoffnungen durchleben sie? Schön, dass Sie mit dabei sind. Vielleicht zu welchen Ergebnissen sind Sie gekommen? Ja, vielen Dank. Eine amerikanische Wissenschaftlerin hat das formuliert, Krebs ist eine Familienkrankheit. Und das zeigt sich ganz deutlich, wenn man sich den Angehörigen zuwendet, die sich ja bewegen in einem Spannungsfeld, von sich kümmern. Sie kümmern sich um den Betroffenen, haben aber selbst auch großen Kummer damit. Und neben Herausforderungen und den Hoffnungen war die dritte rote Karte die Ängste. Also sowohl der Betroffene als auch die Angehörigen bewegen große Ängste. Der Angehörige, er muss funktionieren, er hat das Gefühl, ich muss jetzt einfach funktionieren und steht oftmals neben sich. Er kennt zu wenig bekannte Angebote, die ihm auch Hilfestellung geben können und sieht zunächst vielleicht auch keinen Ansprechpartner, wenn er nicht auf die Selbsthilfe zum Beispiel stößt oder auf die Krebsberatung. Er ist erschöpft, äußert sich oft in Schlaflosigkeit. Und die Herausforderung ist, in diesem Spannungsfeld auch seine eigenen Grenzen und Ressourcen zu kennen. Das korrespondiert mit dieser Karte. Was ist meine Rolle? Was ist meine Rolle als Angehöriger? Wie stelle ich mich der Verantwortung? Wie kann ich das leisten? Und wie kann ich das leisten, ohne meine eigenen Bedürfnisse ganz in den Hintergrund zu stellen? Und das war die Karte, die mich am meisten beeindruckt hat. Darf ich auch Zeit für mich nehmen? Da kommt dann sowas auch wie ein schlechtes Gewissen sogar auf. Darf ich das jetzt? Dann muss ich als Angehöriger Mut machen und motivieren, wobei ich das eigentlich selbst brauchen würde. Das ist dann auch ein großer Punkt. Und was in diesem Kontext ist, also die Selbstfürsorge, dass die nicht in den Hintergrund gerät. Der Angehörige braucht gute Informationsquellen. Er braucht auch die Angebote der Psychoonkologie und Psychotherapie. Die braucht nicht nur der Betroffene, die braucht auch der Angehörige. Und es ist wichtig, dass er von dem professionellen Gesundheitswesen nicht nur wahrgenommen wird als organisatorische Hilfestellung oder in der Pflege, sondern dass er auch mit seinen Problemen und mit seinen Problemen wahrgenommen wird als Person. Was Corona zusätzlich verstärkt hat, dadurch, dass Kontakte weniger möglich waren, ist der Zustand der Hilflosigkeit, Verunsicherung, Überforderung und auch Ohnmacht in diesem Feld. Und da stellt sich die Frage für viele Angehörige, wann ist der richtige Zeitpunkt und das richtige Maß, Themen anzusprechen, zu kommunizieren. Und auch die Frage, rede ich zu viel oder zu wenig? Auf jeden Fall muss die Sprachlosigkeit überwunden werden. Ich meine, jetzt habe ich alle Karten hier, bin ich denen ganz gerecht geworden und danke meinen Diskutanten für dieses Ergebnis. Wir danken Ihnen, dass Sie diese Aufgabenstellung so komplex gelöst und auch so übersichtlich dargestellt haben. Da wünsche ich mir dann auch so ein Flipchart-Protokoll. Vielleicht können wir das auch noch irgendwo zur Verfügung stellen, weil das ist natürlich eine sehr übersichtliche und tolle Zusammenfassung. Also vielen Dank, Frau Kerik-Bodden. Gerne. Und damit kommen wir gleich zum dritten Beitrag, aber vielleicht an der Stelle jetzt einfach schon mal der Hinweis, wenn Sie auf die Uhr gucken, es ist 18.45 Uhr, wir haben gesagt, die Veranstaltung geht bis 19 Uhr, aber die Veranstaltung, das Informationsangebot geht weiter online, sowieso immer auf der Website der Deutschen Krebsstiftung. Da können Sie sich auch schon informieren über die Veranstaltungen morgen, welche Themen das sind. Übermorgen ist es immer von 17 bis 19 Uhr. Und aber auch heute ab 19.10 Uhr finden dann die Expertinnen-Fragestunden statt. Frau Paradies haben Sie schon kennengelernt, die andere Damen, die dann noch dabei sein werden, werde ich Ihnen gleich vorstellen. Aber jetzt geht es erst mal um das dritte Workshop-Ergebnis. Und die Gastgeberin war Perin Akcina, aber jetzt stehen zwei andere da. Herr Mut, habe ich mir noch gemerkt, und Ihr Namensschild kann ich gerade nicht sehen. Vielleicht stellen Sie sich kurz vor. Genau, Demmerle von der Berliner Krebsgesellschaft. Wir haben in drei Runden sehr ausführlich diskutiert und die Frau Akcina ist leider ausgefallen. Deshalb war der Herr Mut, ja, genau, steigt ein und stellt die Ergebnisse vor. Und Ihr Thema war, Welche Herausforderungen erleben türkischstämmige Krebserkrankte und ihre Angehörigen im Alltag, im Medizinsystem, bei Behörden? Es war so ein bisschen angeklungen in dem Film. Wir haben es auch ganz kurz schon in der Runde andiskutiert. Deswegen toll, dass Sie jetzt das nochmal intensiver und Fokus draufgelegt haben und beleuchtet haben. Herr Mut, bitteschön. Ja, Frau Dremmeler hat alles eigentlich schön geschrieben und unter drei Themen geteilt. Also es ist dann so, es ist ein sehr unterschiedliches Gesundheitssystem, was in Türkei und in Deutschland eigentlich entstand, entsteht. Und da ist dann die erste Generation eigentlich sehr orientierungsschwierig. Und es gibt ein Trennungssystem. Also wir haben dann eher sehr viele Krankenhäuser, die dann ambulante Systeme oder ambulante Polychnik anbieten. Hier gibt es dann eigentlich die Niedergelassene. Das ist dann für den etwas schwierig. Ich gehe mal so, weil ich kann so besser lesen. In Türkei sind im Pflegebereich mehr Angehörige angebunden. Also es gibt jetzt keine Pflegekraft im Krankenhäuser, sondern eher die Angehörigen sind dann Pflegekraft tätig. Und Unterstützung in der Familie ist dann eher bekannt und keine Selbsthilfegruppen und Beratung. Also da ist dann nur die Angehörigen immer tätig. Thema war auch etwas jetzt Diskriminierung. Ich habe es jetzt nicht viel erlebt, aber es gibt auch. Sprachbarriere ist, wer übersetzt. Das war auch ein Thema. Manchmal sind da Angehörigen, manchmal überhaupt keiner. Und dann muss man auch jetzt im Krankenhaus, wo ich denn jetzt arbeite, ich bin im Luckenwalde, müssen wir dann wirklich Menschen fragen. Also wenn ich jetzt keine syrische Kenntnisse habe, muss ich dann jemanden dazuholen, ob das richtig ist. Das ist eine ganz andere Frage. Aber es ist leider so. Und wer übersetzt und Diagnose an den Patienten mitteilen, das mache ich dann über eine, ich muss es dann einmal übersetzen, ist dann für die Angehörige auch schwierig, weil die dann das übersetzen müssen. Was haben wir noch? Wer unterstützt diese Angehörige? Das ist auch ein Thema gewesen. Es ist natürlich sehr unterschiedlich jetzt in 1., 2. und 3. Generation in Deutschland. Und Mentalität ist auch ganz anders. Patienten, die dann eher jetzt in 1. Generation... Verstehe ich das richtig, dass Sie es unterteilt haben? In das Gelbe ist die 1. Generation, Orange dann... Nee, also es ist dann, sagen wir mal, eigentlich das... Es ist dann, sagen wir mal, so, dass unterschiedliche, die sind Sprachbarriere und Mentalität, das ist dann, sagen wir mal, 3 aufgeteilt. Wir haben jetzt nicht bezüglich jetzt 1., 2. oder 3. Generation gesprochen. Ich dachte, Sie hatten 2. farblich noch geteilt. Ja, genau. Und die Patienten, sagen wir mal, sprechen eher über ihre psychischen Probleme sehr gering. Das ist auch ein Thema. Dann der Patient, es ist eine schöne Frage, also der kommt zum Polykin und was haben Sie, fragen wir. Und er sagt dann, sagen wir mal, oder Sie, Sie müssen das wissen. Und dem Kranken wird Hilfe gebracht. Also eher die Fragen nicht für Hilfe. Das ist auch eine andere Mentalität. Es gibt ein kollektives Denken. Also es ist nicht nur Patient, sondern Patient und Familie zusammenentscheiden über die Krankheit und wie es dann gehen wird, weitergehen wird. Und ja, was haben wir noch? Ja, ermutigen statt korrigieren, das ist auch ein Thema gewesen, weil im östlichen Denken, dass nur nicht ein Patient, sondern ein Patient und 25 Angehörige kommen, sagen wir mal, im Krankenhäuser oder im Polykin-Bereich. Und dass man dem Patienten, sagen wir mal, oder die Patienten hilft, dass sie dann seine eigene Wünsche dann auch äußert. Weil die stehen dann da an der Ecke und sagen gar nichts eigentlich. Also das waren die Themen, glaube ich, was ich jetzt alles so schildern kann. Ja, vermut, also Sie haben nicht nur Herausforderungen mit den Gruppen erarbeitet, sondern auch Unterschiede festgemacht. Vielen Dank auch für Ihre Arbeit und mit den Gruppen und dass Sie das auch heute hier mit uns und den vielen, die zuschauen und noch sehen werden, geteilt haben. Vielen Dank. Dankeschön. Ja, und so schnell können es zwei Stunden vergehen. Wir sind kurz vor Ende der Veranstaltung und ich bitte Frau Dr. Schrade und Herrn Prof. Hohenberger einfach zu mir hier nach vorne. Sie können gerne, ja, Sie können einmal durchs Bild laufen oder einmal hinten rum. Das ist jetzt an der Stelle, es hat alles derartig reibungslos technisch geklappt. Da kann man jetzt auch einmal durchs Bild laufen. Kommen Sie gerne einfach zu mir. Und von mir an der Stelle jetzt wirklich auch der Hinweis, wenn Sie sich fragen, ah, jetzt habe ich Frau Paradies gerade kennengelernt, jetzt möchte ich doch auch wissen, wo kann ich denn gleich Fragen stellen? Gehen Sie auf die Website www.deutsche-krebsstiftung.de und dort ist oben direkt der Banner mit German Cancer Survivors Week 2022. Sie klicken drauf, da haben Sie das Tagesprogramm von heute. Wenn Sie jetzt gerade erst eingeschaltet haben und sagen, oh, da steht aber so viel, was mich interessiert hat, es wird auch alles online gestellt werden. Vor allem geht es aber ab 19.10 Uhr weiter in zwei Themenbereichen, einmal Krebs und Schulden, Anfang dran von der Landes AG Schuldner und Insolvenzberatung Berlin, wird dort Fragen beantworten zu all dem Themenkomplex, wenn man nicht mehr arbeiten kann, wenn man seine Rechnung nicht mehr zahlen kann, aber krank ist. Da ist ein Riesenthemenkomplex, der wird in dem einen Chat, sage ich mal, abgedeckt, in der einen Videokonferenz und Frau Paradies und Frau Marie Rösler würden das Thema Krebs und Pflege abdecken. Die Links sind dort also auch hinterlegt, das heißt, Sie müssen im Anschluss an das, was Frau Dr. Schrader und Herr Prof. Hohenberger gleich sagen, dann den Raum wechseln. Jetzt aber noch nicht, erst nachher, aber ich dachte, ich sage es Ihnen jetzt schon mal. Frau Dr. Schrader, Sie haben die ganze Veranstaltung jetzt hier mitbegleitet, haben das Grußwort ganz am Anfang gehalten, haben den Auftakt, es ist ganz schön viel passiert seitdem. Informationen wurden geteilt, Themen wurden diskutiert, wir haben Filme gesehen, Fachvorträge, drei Ergebnisse zu drei verschiedenen Themenstellungen in den World Cafés. Was ist Ihr Eindruck? Was nehmen Sie als wichtigstes Learning, obwohl Sie ja schon so viel wissen, von dem heutigen Abend mit? Ja, also Sie haben natürlich recht, es ist wirklich, Sie brauchen kein Mikrofon jetzt, ne? Ah, natürlich, Sie brauchen natürlich ein Mikrofon. Ja, na klar. Also Sie haben recht, es ist wirklich viel passiert und alles zu kommentieren, würde ich jetzt gar nicht wagen, weil es wirklich sehr viel ist und sehr viel war und sehr interessant war, was wir jetzt zu diesem World Café, da habe ich schon das Bedürfnis, was zu sagen, weil also erstmal vielen, vielen Dank an die Gastgeberinnen und an die Diskutanten und Diskutantinnen, die sich da eingebracht haben und das ist ja wirklich ein interessantes Format, also feststehende Themen zu haben gewissermaßen und wechselnde Diskutanten und das ist eigentlich fast ein Garant dafür, dass interessante Ideen oder neue Impulse da kommen. Das finde ich sehr spannend, zum einen, mal so ran nach der formellen Seite. Was habe ich mitgekriegt, was habe ich gelernt nochmal oder was wurde betont? Also wir hatten ja den ersten Tisch, da ging es um die Wünsche von Patienten und Angehörigen und was wünschen sich die Patienten von Angehörigen und da stand ja irgendwie Mitleid, nicht Mitleid, sondern Mitgefühl und Einbeziehung, Normalität, ja, das ist sicher neu ist, es kommt immer wieder, daran merkt man, dass da noch viel zu tun ist und das Zauberwort heißt Kommunikation und miteinander sprechen, als sich unsicher abzuwenden, wenn diese Erkrankung passiert, das ist eigentlich der erste Schritt, aber den muss man lernen und andere Dinge wie keine Versprechungen, sondern lieber Nachfragen. Das fand ich ganz wichtig an diesem Tisch, an diesem Diskussionsthema. Dann ging es, welche Rolle haben denn eigentlich die Angehörigen? Und da ist was Schönes gesagt worden, und zwar die Angehörigen, die bewegen sich zwischen Kümmern und Kummer. Und das heißt, das fand ich sehr beeindruckend, also diese paar Worte, die fassen eigentlich ganz viel zusammen, nämlich, dass eine Verantwortung da ist, ein Pflichtgefühl, etwas zu tun für den anderen, aber andererseits kann damit eben auch Leiden verbunden sein, weil man sich zu sehr zurücknimmt, darf man jetzt noch was für sich tun und diese Dinge. Sehr, sehr spannend. Letztendlich geht wieder alles auf Kommunikation hinaus, man soll sich fragen, aber man soll wirklich, es sollte auch klar werden, und das halte ich für eine ganz wichtige Erkenntnis aus diesem Tisch, die Angehörigen brauchen auch psychische Stärkung und Anerkennung dessen, was sie tun, von außen, von allen. Deshalb ist es so wichtig, dass man das in die Öffentlichkeit trägt und dass sich das nicht zu Hause im Zimmerchen abspielt und naja, ich habe mein Los zu tragen. Ja, das hast du in dem Fall, aber es ist ein sehr wichtiges, was den anderen allen nützt und du musst es nicht verstecken und du darfst trotzdem noch du selbst sein. Also diese Dinge, mit denen wir uns in NRW auch in verschiedenen Projekten befasst haben, da bin ich so ein bisschen drin, ganz wichtig und als drittes kurz dass die türkischstämmigen Krebserkrankten und ihre Angehörigen, ja, da ist es natürlich viellässlich auch Kommunikation, sprich also Sprache und Übersetzen und Miteinanderreden, wobei die kulturellen Unterschiede der Kommunikation natürlich offen zutage treten. Wie geht das? Wie wird vor diesem kulturellen Hintergrund miteinander geredet und wie in einem anderen? Aber wir müssen wissen, dass die Fälle natürlich entsprechend die Fallzahlen, die Erkranktenzahlen genauso eine Befassung mit diesem Thema erfordern einfach, dass das auch etabliert wird, dass hier ein Blick geworfen werden muss, was brauchen diese Menschen und wie können wir hier die Angehörigen unterstützen? Vielleicht muss das anders aussehen als bei anderen, aber wir müssen es tun und das ist gar keine Frage. und das fand ich auch ganz interessant und habe ich mitgenommen. Jetzt ist das ja was, das nicht übertragen worden ist und wir möchten aber auf jeden Fall eine Nachberichterstattung machen, zu denen, es ist ja wunderbar dokumentiert, wir können das gut machen, eine Nachberichterstattung über diese Sitzung auf unserer Website und das, was an Problematik hier aufgetaucht ist, was im Gesundheitswesen etabliert gehört oder zumindest mal weiter verfolgt und erforscht gehört, das ist ja heute auch deutlich geworden, das können wir befördern in den politischen Foren der Deutschen Krebsgesellschaft, mit der wir ja eng als Stiftung zusammenarbeiten und selbstverständlich wird das in der nächsten Cancer Survivors Week im nächsten Jahr auch wieder nochmal ein Rückblick wert sein, aber wir wollen auf jeden Fall auf jeden Fall dranbleiben und so könnte es sein, dass wir im Nachgang zu dieser Veranstaltung auf die eine oder den anderen noch zukommen, vielleicht mal mit der Bitte um ein Statement für irgendein Organ, wo wir das publizieren möchten oder so. Also in jedem Fall eine ganz, ganz interessante Session fand ich, wirklich und vielen Dank nochmal. Und wie toll, dass das möglich war, weil wir uns jetzt auch wieder treffen konnten hier und dann eben zusammen gearbeitet werden konnte. Vielen Dank, dass Sie uns die Ergebnisse von den World Cafés nochmal so eingeordnet haben, Frau Dr. Schrader. Und bevor ich jetzt an das Schlusswort, für das Schlusswort übergebe, von mir nochmal der Hinweis, wenn Sie in den Expertinnen Fragestunden mit dabei sein möchten, dann wechseln Sie den Stream auf der Website der Deutschen Krebsstiftung, finden Sie die entsprechenden Links oder auch URLs, also diese Internetadressen, die sind andersfarbig, einfach draufklicken und dann sind Sie hier raus, aber noch nicht, denn es kommt noch das Schlusswort und ich möchte Ihnen auch noch sagen, was morgen passiert. Frau Dr. Schrader hat auch gesagt, der Kern war immer wieder, wir sind auf Kommunikation zurückgekommen, auf das, was zwischen den Menschen passiert und deswegen freue ich mich auf einen großartigen Vortrag morgen zum Thema, wie gehen wir miteinander um, wenn Krebs passiert, 17 bis 19 Uhr morgen veranstaltet, der Abend der German Cancer Survivors Week 22 von der Landeskrebsgesellschaft NRW. Aber jetzt bin ich mit Worten am Ende und übergebe für das Schlusswort an Prof. Dr. Werner Hohenberger aus dem Vorstand der Deutschen Krebsstiftung. Vielen Dank, Herr Ammer. Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, liebe Mitwirkende der diesjährigen German Cancer Survivor Week, wir sind fast am Ende der ersten Veranstaltung dieser Woche, die sehr anregend war, aus der wir sehr viel gelernt haben, auch ich, und wir haben erkannt, dass wir uns eben auch um die Angehörigen kümmern müssen von Krebserkrankungen. Niemand soll alleine bleiben, wenn er krank ist. Es braucht Caregiver, wie wir gehört haben, und das sind eben zuvorderst die Angehörigen. Aus meiner eigenen Erfahrung als Arzt und seit Januar auch als Patient nach einer Hüftoperation weiß ich, dass Angehörige oder Nahestehende für den Genesungsprozess und die Lebensqualität eines kranken Menschen sehr wichtig sind und ist insbesondere und um Dimensionen im Vergleich zu einer gutartigen Erkrankung natürlich umso mehr, wenn es sich um Krebs handelt. Wir dürfen aber auch nicht unterschätzen die psychische Belastung der Angehörigen. Und auch das weiß ich inzwischen aus eigener Erfahrung mit einer 87-jährigen Schwiegermutter, die an einem metastasierten Plasmozytom erkrankt ist, mit einem 92-jährigen Ehemann, der natürlich nicht alles leisten kann, was sie bräuchte und deswegen eben deshalb sehr vieles an ihrer einzigen Tochter, eben meiner Frau, hängen bleibt. Und es ist wichtig, dass wir all dies in das Bewusstsein der Öffentlichkeit bringen und auch thematisieren und natürlich auch Wege suchen zu Lösungsmöglichkeiten all dessen. Nun, ich möchte mich nun schließlich bei allen sehr herzlich bedanken, die sich eingebracht haben, die für die Offenheit und das Vertrauen all derer, die hier saßen und über ihre Erfahrungen damit berichtet haben. Auch bedanken möchte ich natürlich bei den Expertinnen und Experten für ihre Beiträge, auch für die Fragen und die Teilnehmer derer, die auch virtuell teilgenommen haben. Wir haben ja zum ersten Mal nach zwei Jahren wieder Publikum persönlich hier im Auditorium sitzen, wo würde ich mich besonders freuen. Ich möchte auch dem Team hier im Hintergrund, das Sie alle natürlich daraus nichts sehen, vor Ort dafür danken, wie Sie diese Veranstaltung bekleiden und durchführen. Und ganz besonders möchte ich mich bedanken bei der Berliner Krebsgesellschaft, die gemeinsam mit uns, der Deutschen Krebsstiftung, diese Veranstaltung organisiert hat, aber auch für die Krebsgesellschaften aus Thüringen, Nordrhein-Westfalen, Hamburg und Schleswig-Holstein. Sie alle haben ein spannendes und interessantes Programm zusammengestellt. Herr Hammer hat schon darauf hingewiesen, das Programm finden Sie auf der Website der Deutschen Krebsstiftung. Und wiederholen möchte ich Ihren Hinweis, Herr Hammer, dass es natürlich hier für die virtuellen Teilnehmer weitergeht, mit zwei Experten-Sprechstunden, eben über Krebs und Pflege beziehungsweise Krebs und Schulden. Und vergessen Sie nicht, dies ist der Auftakt einer Woche. Und diese Woche dauert bis zum 2.6. mit täglich wechselndem Programm. Nehmen Sie weiterhin teil und hören Sie sich alles an. Man lernt wirklich sehr viel. Und so darf ich Ihnen noch am Schluss einen schönen Abend und eine informatische Woche wünschen. Danke. Applaus Vielen Dank. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.